TV-Straßensound Wir haben uns alle von der Kriminalität gelöst Machen jetzt dieses Wir sind LL Ding Dank Nima, dem wurde auch, das hat uns sehr geholfen Genau, da gibt es diese ganz bekannte Story, dass du Nimo im Knast kennengelernt hast Ja genau Der Rapper Nimo Die Sätze haben mich so getroffen und ich habe so lange über die im Knast nachgedacht Er hat gesagt, Omar, ich sag's dir wie ein Mann Du hast Geld zu deinem Gott gemacht Nicht so das Dach vor dem Land Wir kommen eine sehr verehrte Damen und Herren zu TV-Straßensound Heute aus Berlin Mit Omar und meinem Co-Moderator Burak Servus Servus Leute Danke, dass ich da sein darf, ist mir eine Ehre Es ist eine Ehre, dass du hergekommen bist aus Tübingen nach Berlin Die Reise mache ich gerne für euch Das freut mich auf jeden Fall Ungewohnt irgendwie hier zwischen euch zu sitzen Das machen wir ja auch das erste Mal heute Genau, die allererste Frage Da ich bei Spotify in den letzten Wochen mich ein bisschen durchgehört habe Vor ein paar Wochen stand da noch Omar76 beziehungsweise 76 Ja Und in den letzten Tagen glaube ich habt ihr das weggestrichen Warum habt ihr euch dazu entschieden? An sich ist Omar76 einfach nur mein 76 steht für meinen Stadtteil Aber ich will schon als Omar in die Szene Oder ich will bekannt werden als Omar Oder die Leute sollen mich unter meinem Namen Es ist weder ein Synonym noch nichts Ich bin wer ich bin Und es ist mir wichtig, dass einfach nur mein Name auch für mich selber steht Und deswegen 76 ist so für Instagram Weiß man ja Ein bisschen für Echsen Aber die Musik sollte man schon unter meinem Namen Für was steht die 76? Für welchen Stadtteil? Für welchen Stadtteil Tübingen Nord Das ist unsere Postlehrzahl Man kennt ja die Filme von früher noch Same Also bist du ein Tübinger Ein Baden-Württemberger Ganz genau Man kennt die Stadt auf jeden Fall durch die Uni glaube ich Ja ganz genau Ziemlich bekannte Uni Ziemlich große Klinik Ist ja im Raum Stuttgart Sind wir alle da Ziemlich nah beieinander Ja Aus der Ecke komme ich Stabil Was geht bei euch in Ecke So im Schwabenland Es gibt ja diese zwei Charakterzüge der Schwaben Die man so deutscherweit so ein bisschen über die erzählt Von wegen Geizig Geizig Und fleißig Beides Man schenkt dort einem nicht Und man verlangt von einem ziemlich viel ab Ja da hast du wirklich getroffen Ja Nein Ist eigentlich wie überall Ich bin ziemlich viel in Deutschland rumgekommen Mhm Ähm Man muss schon sagen Ihr im Norden seid um einiges herzlicher Echt Das gefällt mir sehr sehr arg Dieses direkt so Hey du So duzen und so Ist auch mehr so meine Art Da unten ist es mehr so Bürokratisch Sie Tatatatatat Keine Liebe Kein Nichts Kein Ding Deswegen feiere ich es immer wieder Wenn ich so ab NRW hochkomme Weiß ich Killer Die Leute werden lockerer Jetzt wird es entspannt So weißt du was ich meine Ganz locker so Aber irgendwann so wenn man wirklich So in Richtung Norden geht Sag man ey da sind die Menschen komplett kühl So der kühle Norden Ja Okay dann so weit oben war ich noch nicht Ja Nordsee Ostsee Plattdeutscher Strand Da hat es mich noch nicht eingezogen Ja man Wir treffen uns hier aufgrund deines Debüt-Releases Ich wusste nicht genau ob ich Album sagen soll Mixtape soll Weil ich glaube bis dato wurde noch gar nicht bekannt gegeben Was es genau wird Erzähl uns ein bisschen was dazu Ich werde es als Mixtape releasen Mhm Hat aber theoretisch die Songkapazität eines Albums Ja Aber Ich will das äh Das war meine Entscheidung Ich will da keine CD oder so drucken Ich meine das ist Ich will dass die Leute mich kennenlernen Spotify, Apple Music mittlerweile ist ja eigentlich Für jeden fast umsonst zugänglich und ich Will dass die Leute mich erstmal kennenlernen Und ich glaube als Mixtape das man sich jetzt wirklich for free einfach holen kann Oder so gut wie Du weißt ja Stream einfach Einer zahlt vier hören umsonst Spotify ich habe noch nie dafür gezahlt irgendwie Ja Und ähm Deswegen will ich das als Mixtape releasen und ähm Dieses Wort Album Will ich dann wirklich so vielleicht ab Ab meinem dritten Werk oder sowas Check ich Was ich meine dann auch wirklich mit einer Box und mit Sachen Die persönlichen Inhalte Also wirklich was Also ja ein Album Das ist ja so ein gewichtiges Wort in der Szene und äh Das will ich jetzt nicht für Gerade das Debüt Album Ganz genau Das ist das woran man meiner Meinung nach gemessen wird Genau Und da will ich ja auch so dann das Meisterwerk haben Ganz genau Ganz genau da werde ich alles rausfallen Ja man stabil Aber jetzt das Mixtape so nicht zu unterschätzen meine lieben Freunde Wie laut der Titel ist Mixtapes? Nicht willkommen Nicht willkommen auch Nicht willkommen ist mein äh Mixtapes erscheint am 17. Dezember Mit der Debütsingle von meinem Bruder Angie Wir sind jetzt gerade hier in Berlin und drehen das Video dazu Ja Ähm Sehr sehr starker Track geworden Ich freue mich richtig 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 auf die Resonanz von den Leuten Mit Ist Kann man schon fast sagen der Lieblings Track von mir auf dem Mixtape geworden Und äh Am 17. kommen dann noch andere unveröffentlichte Tracks raus und äh Ich freue mich auf die Reaktion der Leute Ich bin gespannt wie das Feedback ist Heftig Heftig Nicht willkommen Genau Was bedeutet der Titel für dich? Ähm Wo bist du nicht willkommen? Dieses Mixtape Dieses Mixtape ist Ist ein Es ist ein Kinderwunsch den ich habe Ich rapp seit ich 13 bin Ich bin jetzt mittlerweile 28 Seit ich rapp mehr als die Hälfte meines Lebens 15 Jahre Habe es aber nie irgendwie auf einer kommerziellen Schiene oder so probiert Das ist wie gesagt durch einen reinen Zufall jetzt in meiner letzten Haft Äh Bin ich irgendwie in diese Szene reingerutscht Ja Es ist mehr so ein Tagebuch gewesen und so Weißt du was ich meine? Also wirklich so ein Street Ding Man ist mit seinen Jungs irgendwo unterwegs und man Man rappt einfach paar Bars Mhm Und man stellt sich ja immer vor wenn ich mal ein Wenn ich mal was rausbringe Album Mixtape et cetera Will ich es ganz genau so haben und Dieses Mixtape beschreibt wirklich meine Situation der letzten Sechs bis sieben Jahre Mhm Und die Ich hab mir lange Ich hab mir lange Gedanken gemacht Wie nenne ich dieses Wie nenne ich dieses Mixtape Und nicht willkommen trifft es relativ gut Weil gerade eine Abschiebung gegen mich steht Ja Es ist ein Gefühl was ich ähm Ziemlich oft äh zu spüren bekomme Besonders im Schwabenland Okay Dass man nicht willkommen ist und deswegen habe ich Diesen gewichtigen Satz Als Album Titel oder Mixtape Titel Ja Ist auf jeden Fall ein Statement Genau Der Mixtape Titel Realisierst du gerade was um deine Person herum passiert Es gibt ja gerade einen Medientrubel um dich Mhm So auch aufgrund der Abschiebung Und ey der Junge ist frisch aus dem Knast raus Mhm Und der hat jetzt einen Release Ähm Ich betrachte das wirklich aus der Vogelperspektive Mhm Ich sag's dir Ich realisiere das noch nicht so Ich äh Ich freu mich über jede Resonanz Ich freu mich über jeden Post von euch Oder wenn mal ein anderer Rapper Mir Props gibt für dieses ähm Für irgendein Lied oder für irgendeinen Song den ich mach Aber es ist jetzt nicht so dass ich so voll mitten im Geschehen bin und sag Ey was geht ich bin jetzt hier irgendwie am Start Gar nicht ich Ich bleib da bescheiden und ich guck äh Ja Ich guck mir das einfach an Genieße es hoff dass es äh noch weiter geht und äh Ja Wie ist die Resonanz auf der Straße wenn ich Leute erkenne Wie ist das passiert das öfter oder zum Beispiel oft ist es so in der Heimatstadt so Da ist man sowieso bekannt und dann ist man nicht mehr besonders Aber sobald man dann in die nächste City geht Man direkt so ey du bist doch der und der und dies und das Ich bin ehrlich zu dir das ist Geil dass du es ansprichst Das ist die äh Das ist die größte Veränderung die ich vor meiner Haft hatte und nach meiner Haft Ich kann mich erinnern schon Ich glaub bei meinem zweiten Ausgang ist Ist direkt jemand zu mir Nein bei meinem ersten Ausgang Schwöre es dir bei meinem ersten Ausgang das war kann ich mich erinnern ich wollte unbedingt zum Friseur Wann war das ungefähr? 2020 das war so Mitte 2019 ungefähr Okay Mitte 2019 müsste es gewesen sein weil ich falsch mich jetzt nicht irre Und ich schwörs dich bin aus dem Auto rausgestiegen zwei Jugendliche es war in Heilbronn sind mir entgegengelaufen Hey ich kenn dich doch und es war so Wie ihr wollt ein Foto mit mir warum Geil Es war voll so hey aber es hat mich brutal gefreut und ich unterhalte mich richtig gerne mit den Leuten Ich feier den Support von Ich feier wirklich den Support von meiner Community es ehrt mich auch jedes Mal Bruder hier hat mir vorhin auch gesagt ich habe eine starke Community der Charo hat es mir gesagt Es füllt einen mit Stolz also wirklich es macht mich stolz wirklich Also gestern Abend haben wir ein Foto von ihr gepostet irgendwann abends und wir wurden auf jeden Fall zugebombt Ich glaube das sind mittlerweile drei, vierhundert Fanfragen also Viel Spaß später beim Fanfragen Video Ja Mensch Wo bist du geboren? Ich bin in Tübingen geboren Ich bin ein guter Tübinger Habe aber keine deutsche Staatsangehörigkeit Ich habe die tunesische Staatsangehörigkeit Hat mir aber nie großartig Probleme gemacht weil ich eigentlich auch eine Arbeitsgenehmigung habe oder so Das war so ein Papier das mich auch nie gejuckt hat Da hast du schon deinen Reisepass in der Hand Weißt du was ich meine Fährst einmal im Jahr irgendwie in die Heimat und dann zeigst du den vor Und ja Warum hast du bis dato noch keinen deutschen Pass bekommen nach 28 Jahren? Also ich bin vor 2000 geboren Alle Leute die nach 2000 geboren sind sind automatisch deutsche Staatsbürger Also jeder der auf deutschem Boden geboren wird Ab 2000 kriegt den Pass egal was ist Also so müsste es eigentlich sein Und ich bin 92er Jahrgang Es hat mich anfangs nicht interessiert Ich bin eh nicht so der Politik Fan Das heißt dieses Thema wählen war jetzt nicht so ein Grund für mich Dass ich mir jetzt unbedingt einen Pass machen muss Das ist mir egal ich bin ehrlich Ich hätte eh nicht gewählt Und ich hatte wirklich es war wirklich ein langes Prozedere mit den Gerichten Ich glaube ich war meine Erstanzeige habe ich mit 13 oder so bekommen Aber dieses Thema Abschiebung war erst so mit 19 Also ich habe bis dahin auch niemals damit gerechnet Dass mich irgendjemand aus meiner Heimat Also das war so ein unvorstellbarer Gedanke Warum sollt ihr mich irgendwo hinschicken So ihr könnt mich ins Gefängnis stecken Oder ihr könnt mir irgendeine Strafe oder eine Geldstrafe geben Aber warum soll ich meine Sachen packen und irgendwo anders weggeben Das ist so perfide was es gibt So Menschen die hier geboren werden Dass die irgendwie in die Länder ihrer Eltern zurückgeschickt werden sollen Außerhalb meines Horizonts Ich habe nicht daran gar nichts Ich wurde mit 19 Dann habe ich meine erste Abschiebebescheid bekommen Und dann war es zu spät Dann habe ich mir versucht eigentlich einen deutschen Pass zu Und man hat mir direkt gesagt Vergiss es niemals Kriegst du den so nie im Leben Ja und seitdem stecke ich in diesem Desaster Das ist auf jeden Fall ein riesen Dilemma Und so Das ist auch ein Fakt den man nicht vergessen darf So Menschen die hier geboren sind Und die kriminell sind Natürlich darf man die ganze Sache nicht gut reden Aber da muss die Justiz so stark sein Oder der Staat der sagt okay Wir gehen mit unseren eigenen Leuten in unser eigenes Land um Und schicken das Problem nicht weg Weil was hat Tunesien sozusagen mit dir jetzt noch zu tun Dankeschön Digga du bist Deutscher Ich bin hier Ich bin hier geboren Ist so Auch wenn du mit Reihen hergekommen wärst Verstehst du Zu dem du deine Strafe ja schon abgesessen hast Ja Wie gesagt ich habe das auch Neulich mal gesagt Meiner Meinung nach steht das einfach nicht in Relation Steht nicht in Relation Klar Strafe muss sein Macht man Man sitzt ab Oder man Man tut Buße Aber ja das Verstehst du Das ist jetzt Ein bisschen weit hergeholt Aber wenn Wenn ich höre dass in Texas Leute hingerichtet werden Steht auch nicht in Relation Du kannst nicht einen Menschen töten Und nur weil es im Gesetz steht Dass es das Gesetz darf Ist es immer noch nicht moralisch vertretbar Wollt ihr mir erzählen Nur weil ein Richter sagt Du darfst ihn umbringen Darf er dich umbringen So man muss ja auch schon so ein bisschen menschlich bleiben Man muss so ein bisschen sehen Und wo sind wir Wir sind jetzt hier im 21. Jahrhundert angelangt Wir sind in den Herzen von Europas So und dass es da Dass bei diesem Thema Dann auch immer so eine perfide Systematik angewandt wird Wie Oh dieses Problem Nicht willkommen Es trifft Es ist nicht willkommen Nicht willkommen Einfach nicht willkommen Punkt aus Ja guck mal wenn man jetzt Ganz ehrlich ist So problematisch Es klingt Du Oder das was du gemacht hast Das ist ein deutsches Problem Kein tunesisches Problem Amen So damit muss der Staat in Deutschland klarkommen Und wenn man seine Haft abgesessen hat Seine Büße getan hat Und ganz ehrlich Ich habe vorhin mit meinem Kollegen Sergej Deine Songs nochmal durchgehört In deinen Liedern ist so viel Reue drin Normal ist das verwerflich Sowas wie zum Beispiel Drogenhandel Zuhäterei Waffen dies das Aber in deinen Songs steckt sehr viel Reue drin Ja Und so jedes Mal Ey ich erzähle euch die Storys Mhm Bei bereuen und dies das Aber so macht es bitte nicht So ich habe ich habe Scheiße gefressen Und jetzt will ich mein Leben normal leben Das war ein Fehler Dafür meinen größten Respekt Dankeschön Bruder ich sag dir ehrlich meine Texte sind eine Es ist eher eine Selbsttherapie Mhm Ist eher eine Selbsttherapie Wenn Leute die sich mit meinen Texten beschäftigen Werden ich glaube in diesem Album Nicht einmal das Wort Mercedes hören Mhm Du wirst es nicht einmal Du wirst Ich rappe nicht über großartig Geld Oder ich rappe über keine Ferraris Es ist Es ist nichts was in meinem Leben ist So verstehst du was ich meine Ich fahre keinen Ferrari Also deswegen rappe ich nicht über einen Ferrari Und ich will auch nicht irgendwie Ich erzähle dir was so in meinem Leben geht Meine Texte vorderhaft waren Ähnlich aber ohne Reue zum Beispiel Meine alten Texte haben sehr Weil ich genau das was ich gemacht habe Einfach niedergeschrieben habe Und natürlich wenn man was glaubt Dann sind die Texte dementsprechend Die wie nennt man das Verherrlichen Ja Aber ich habe wirklich lange Ich habe einen langen Prozess hinter mir Also jetzt wir haben ein paar Tage 2021 Der Film bei mir hat 2017 begonnen Und in der Zeit habe ich wirklich viele Tage Viele Wochen, viele Jahre gehabt Man wirklich mich selbst zu reflektieren Und fragen Hey was geht hier eigentlich ab So kann doch nicht sein Dass du dein Dass du jetzt ein halbes Jahrzehnt Alter von 2012 bis 2020 Sass du 5 Jahre weg Das ist Ich habe meine Jugend Scheiße Die Bestzeit deines Lebens Wo ich habe meine Jugend weggeschmissen Ja Andere Leute erzählen mir Ich war noch nie in Australien Ich habe immer nur komische Sachen gemacht So verstehst du was ich meine Und so Manchmal denke ich mir Alter okay Was geht Hätte ich vielleicht sowas anderes gemacht Es ist und bleibt ein Teil von mir Das will ich gar nicht sagen Und ich will auch nicht sagen wie Ich habe es gemacht Weil ich damals meine Gründe hatte Alhamdulillah Ich habe jetzt eine andere Chance bekommen Aber ich bin Ich habe Rap nie wegen Geld gemacht Ich hätte auch Hätte ich kein Rap gemacht Ich bin mir relativ sicher Auch nach der Haft hätte ich Wäre ich nicht mehr kriminell geworden Weil Das ist zu viel Zeit schon verloren gegangen Jetzt überleg mal Du sitzt 5 Jahre Und dann passiert nochmal was Und ich habe jetzt noch Führungsaufsicht nochmal 3 Jahre offen Dann sitzt du nochmal 4 Jahre Auf einmal sind es 9 Jahre Oha Ich kenne so viele Leute Die saßen 11, 12, 13 Jahre Verstehst du Es gibt viel, viel, viel mehr Das Leben hat viel mehr zu bieten Ob du wenig Geld Oder viel Geld in der Tasche hast Das ist scheißegal Du kannst auch mit einem Döner glücklich sein Weißt du was Ich meine ein guter Döner alter Für 2,50 oder für 3 Euro Der erfüllt manchmal auch seinen Zweck Und Meine innere Welt tue ich gerade In Sachen wie bereuen Mauerseite Oder eine Hommage An verstorbene Freunde von mir richten Das sind wichtige Themen für mich Und ja Reue ist oft ein Ding Ein Ding in meinen Texten Wann war dein krimineller Wie sagt man So dein Peak Deine Höchstzeit Weil du wurdest Im Endeffekt Ich glaube in der Anklageschrift stand 30 Kilo Gras Genau Das ist schon auf jeden Fall eine Menge Ja Geht mehr und geht weniger Genau und ich meine so Weil gerade wenn man sowas durchgemacht hat So die kriminelle Phase Man verdient natürlich auch Geld Dies das Und dann Viele Leute bekommen irgendwann den Knick Von wegen ey Ich habe jetzt das Geld Ich kann mir jetzt einen Was weiß ich was Einen schönen Mercedes SL holen Da wir gerade schon bei Mercedes waren Aber Macht der mich jetzt wirklich glücklich Kann ich nachts in Ruhe schlafen Weißt du Ohne dass ich jedes Mal so auf einen Klopfen hören muss Bruder das ist ein extrem interessantes Thema was du ansprichst Und ich sag dir ehrlich Guck mal wenn ich dich jetzt frage Was bist du Wer bist du Was bist du Du bist da wo Du bist der Interview von TV Straßensound Es ist deine Bestimmung Der Mensch geht immer nach einer Bestimmung Ja Ich schwöre dir ich habe nicht fürs Geld gedealt Fakt Ich habe zwar Geld gemacht Aber das war nicht mein Mein wichtigster Punkt war Freiheit Weil ich brutal Ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch Durch Dealen habe ich Ich konnte frei sein Bruder Ich musste nicht arbeiten Ich hatte keinen Wecker der mich um 4 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens aus dem Bett holt Finanzielle Freiheit meinst du Finanzielle Freiheit ist Und es gehört nicht viel Geld dazu Aber wenn du Wenn du einen Cashflow Wenn man sich einen Cashflow irgendwie schafft anzueignen Der einen über die Runden kommen lässt Warum nicht du kannst morgens zum Bäcker frühstücken gehen Das war mein Das war ein Hauptgrund Aber das zweite Grund Bruder Wenn du mich damals gefragt hast Wer bist du oder was bist du Bruder ich bin Dealer Es war meine Identität Jeder Mensch sucht eine Identität Das ist auch ein Thema was ich in diesem nicht willkommen anspreche Ich habe oft nach einer Identität gesucht Ich habe die Identität nicht in der Schule gefunden Nicht weil ich schwarze Haare habe oder so Auf gar keinen Fall Wir haben nicht gematcht Meine Klasse und ich haben nicht gematcht Verstehst du was ich meine? Ich habe meine Identität bei mir im Viertel gefunden Und leider Gottes wenn man jung ist und oft nach Und ich glaube das ist auch ein Thema was ein Verstehst du der Teufel lockt dich nicht mit 22 Der Teufel lockt dich mit 12 Lockt dich mit 13 Verstehst du sagst Oh ich will dazugehören Deswegen auch dieser Wahn Alle tragen jetzt irgendwelche Schuhe für 3000 Euro Keiner braucht Schuhe für 3000 Euro Du willst irgendwo dazugehören Du suchst eine Identität Gute Adidas Gute Puma Gute Nike Schuhe reichen Für 100 Euro Verstehst du aber Identität Ich will dazugehören Wer bin ich? Und das war auch ein langes Thema Was mich in meiner frühen Jugend begleitet hat Und leider Gottes habe ich meine Identität in der Kriminalität gefunden Es war das einzige was mir damals Weil ich damals innerlich schwach war Fakt Ich habe nicht gewusst wer ich bin Und es hat mir ein Gefühl von angekommen Von zu Hause gegeben Und das ist es Warum ein Dealer Ein Dealer bleibt Was ist er danach? Er kann seine Identität nicht wegschmeißen Und jetzt aber habe ich es geschafft zu sagen Zum Beispiel ich bin Rapper Ich habe abgeschlossen mit diesem Kapitel Das ist für mich Gott sei Dank vorbei Ich will auch gar nicht mehr dahin zurück Und ja zu deinem Thema Was war bei dir der ausschlaggebende Grund in der Jugend? Also was war der erste Moment Wo du dich daran erinnern kannst Dass du kriminell warst? Ich wollte eine Alpha Lederjacke Ich schwöre dir und sie hängt bis heute Sie hängt bis heute bei mir Eine Alpha Lederjacke Und eine Kordonsport Lederjacke Habe ich sogar in einem meiner Videos an Die ist jetzt Keine Ahnung wie viele Jahre alt PS Respekt an die Hersteller Was für eine Bombenqualität Und damals waren 300 Euro 300 Euro in meiner Welt Damals hast du mir 2 Euro gegeben Das war 50 Cent Eistee Alles klar Wir dribbeln der eine Legt noch einen Euro Wir kaufen uns eine Kippenschachtel Und weißt du was ich meine? Und 300 Euro war so Oha Wie soll ich 300 Euro kriegen? Nahgelegen Man sieht Boah ein paar ältere Haben auch schöne Wie machst du das? Ich verkaufe Gras Willst du was? So weißt du ja wie das läuft Ja man Das hat mich getriggert Die Alpha Lederjacke Verrückt Alpha wo bleibt das Sponsoring? Ich scherze Alpha wo bleibt das Sponsoring Wenn die was gut machen Aber ja Okay also sozusagen Materialismus War der ausschlaggebende Grund Für Kriminalität Heftig Alter Ich sag dir ehrlich Bruder Ich bin nicht in Armut aufgewachsen Alhamdulillah mein Vater ist ein Mann Er hat uns nie hungern lassen Er hat immer einen vollen Kühlschrank Bis heute noch Aber Du kannst einen Mann Der eine Familie zu ernähren hat Nicht sagen Ich will eine Jacke für 300 Euro Mit 13 Da wird dir sagen Alter was redest du Alter Das ist die halbe Miete Alter Bist du irgendwie auf den Kopf gefallen So raff dich mal Du bist 13 Weißt du was ich meine? Das heißt ich hab nie Es war die Gier Es war die Identitätssuche Oh die Kohlen tragen auch eine Alpha Lederjacke Ich will auch sowas Bam Und schon bist du drin Es gibt manche Leute Die steigern sich in den Film rein Und manche die springen ab Und ich war leider einer von den Kandidaten Die sich Brutal mit Herz und Seele in diesen Film Die ihr Leben dafür gegeben haben Und jammern Was war bei dir der Punkt wo du gesagt hast Ey So Ich bin blind geworden vor Kriminalität Ich hab jetzt alles Ich hab jetzt keine Ahnung Materialismus To the fullest Versace hier Amani dies das Hemd Mein Vater Was hat der gesagt Ich sag dir ehrlich Es gab eine Zeit Es war kurz vor meiner letzten Verhaftung Es war mit 23 oder 24 Anfang 24 Ich schwöre dir bei Gott Ich sah wie ein Dämon aus Ich hatte überall diese kreisrunden Haarausfälle vom Stress Ich schwöre dir Es gibt so ein Stecherei Video Das hab ich auch auf Insta hochgeladen Wenn man genau hinschaut Sieht man das noch Der Knast Hat mich entspannt Ich muss dir mal vorstellen Ein Knast in meine Haare Wieder nachgewachsen Weil es war so Es ist vorbei Und ich kann mich erinnern Irgendwann mal hat mein Vater mich zu sich gerufen Er hat gesagt Alter du Kleiner Fisch Alter du setzt dich jetzt hin Und du nimmst jetzt eine halbe Stunde Zeit für deinen Vater Alter und du hörst mir zu was ich dir zu sagen hab Und die Sätze haben mich so getroffen Und ich habe so lange über dem Knast nachgedacht Er hat gesagt Oma Ich sag's dir wie ein Mann Du hast Geld zu deinem Gott gemacht Nicht so Astagfirullah Der so nix Astagfirullah Es ist so Du hast Geld zu deinem Gott gemacht Junge Guck dich an Was machst du Du bist die ganze Und die sind so Sätze Die sind mir so im Kopf hängen geblieben Ich habe gedacht Er hatte Recht Das merke ich auch sehr oft Er hatte Recht Er hatte Recht Auch das Wissen wie was Was ist Geld Bruder Geld ist ein Mittel zum Zweck Du darfst Geld nicht anbeten Du darfst nicht alles für Geld machen Ich habe früher Ich küss doch dein Herz Das sind genau meine Worte Wir sind in einer Zeit angelangt Geld ist ja eine Erfindung Die Leute vergessen Werte Moral Genau Gott Den Glauben Und beten Geld an Jeden Tag stehst du auf Und strebst nach dem Geld Strebst nach Geld Genau das ist nicht mehr das Streben nach Glück Das ist das Streben nach Geld Und Leute denken Dass sie mit Geld glücklich werden Und irgendwann Liegt man im Grab Und wie sagt man so schön Das Leichentuch Hat keine Tasche Wo du das mitnehmen kannst Amin Bruder Und er hat mir auch gesagt Ich hatte früher ein Defizit Was ich konnte nicht Ich hatte eine eigene Moralvorstellung Die ziemlich falsch war Das musste ich mir auch Das musste ich mir auch eingestehen Und zum Beispiel war für mich Ein Geschäft Ein Geld bringendes Geschäft Moralisch Egal in welcher Sicht Natürlich gibt es diese Sachen wie Ich bin jetzt zum Beispiel Niedereinbrecher gewesen Ich mag sowas nicht Weil es so in meiner Welt war Nee ich will Leuten nicht Das gibt es so Weißt du was ich meine Aber Leute vergiften Ist in meiner Welt Moralisch Weil du kannst irgendwelche Sachen einreden Sie müssen es nicht machen Sie kommen zu mir Ich zwing kein Bla 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 Im Endeffekt Man ist Teil des Systems Und du supportest Bruder Du bist ein Teil des Problems Oder von wegen Wenn ich es nicht mache Genau Es gibt tausend Tausend Wege Dir irgendwas gut zu reden Oha Es gibt tausend Wege Dir irgendwas gut zu reden Du kannst dir alles gut reden Wenn du genug Dich selber manipulierst Und das musste ich auch verstehen Leute hört ganz genau zu Sehr sehr wichtiges Interview Und sehr wichtige Aussagen Gerade wenn es um Kriminalität geht Dass man Wenn man sich oft Sachen einfach zurecht redet Von wegen hier Du redest zurecht Ach sonst Es muss ja irgendwer machen Es ist alles ein Geschäft Es ist nur ein Geschäft Es ist nur ein Deal Es ist nur ein Deal Du kannst Man muss auch mal zurückstecken Dieses Leben ist nicht immer da Damit du immer die 100% nimmst Bruder manchmal reichen auch 50% Steck mal ein bisschen ein Sein mal ein bisschen zufrieden Was du hast und so weißt du was ich meine Und lass mal die Moral an erste Stelle kommen Nicht immer Nicht immer Aber ab und an Wenn du merkst Da driftet es brutal nach ab Raff dich Bruder Und gib dich mit weniger zufrieden Was bereust du am meisten Aus deiner kriminellen Laufbahn Irgendeine Tat Oder irgendeine Sache Die du gemacht hast Viele Kriminelle Mit denen man Mal redet Die sagen zum Beispiel Ey dieses So du gibst einem Junkie Drogen Und du weißt ganz genau Der ist schon am Ende Und Das Ding wird ihn vielleicht auslöschen So wenn Dann wenn es so Richtung Heroin oder sowas geht Oder zum Beispiel Irgendeine Irgendein ganz ganz normales Mädchen So dieses Pussiergeschäft von wegen Hier erstmal geben Geld geben Schön dies das Und dann irgendwann Ey wir brauchen Geld Du musst arbeiten Bruder Dass man so ein normales Mädchen Zu einer Prostituierten Noten macht Genau Bruder es gibt Richtig abgefuckt Alter Er scheint jetzt Sehr schön zufrieden Was ich sag Ich bin der Überzeugung Dass meine Vergangenheit Mich zu dem gemacht hat Der ich heute bin Da ich eigentlich mittlerweile Heute cool mit mir bin Kann ich eigentlich meine Vergangenheit Nicht bereuen Im Großen und Ganzen Weil sie mich zu dem gemacht hat Der ich heute bin Das einzige was ich bereuen kann Ist was ich heute mache Aber Natürlich Ich will und kann leider nicht Auf einige Taten ansprechen Natürlich nicht Aber wenn ich rückblickend sehe Ich habe meine Geschäfte versucht Irgendwie immer in meiner verkorksten Moral zu machen Das heißt meine Kunden haben mich brutal geliebt Ich schwöre dir Weil ich immer ein brutal fairer Dealer war Aber es gibt einige die in dem Geschäft Ähm Viel mit Gewalt Viel mit Gewalt Du musst Du musst Ich war nie so Immer fair Ich habe immer geguckt Dass der genug Geld kriegt Ich habe immer geguckt Dass der genug Geld kriegt Wenn einer Scheiße gebaut hat Und zu mir geschwöre Auf alles zu mir gekommen ist Und hat gesagt Hey Oma Diese Summe kann ich dir nicht geben Weil ich sie verzockt habe Ich schwöre ihm Egal Sehr oft ist der Fall gekommen Dass ich gesagt habe Hey stabil dass du zu mir gekommen bist Nimm noch mehr Also ich habe immer nach einer Lösung gesucht Das hat irgendwie auch mein Gewissen für den Moment Befrieden Also ruhig gestellt Aber es hat ja in der ganzen Gesamtsituation nichts geändert Und wenn ich jetzt sage Was bereue ich Ja Bruder der Weg hat mit 13 begonnen Das heißt Ich weiß es nicht Ich weiß ich weiß ich weiß nicht Es gibt paar Taten die ich bereue Natürlich die waren die waren gar nicht gut Auf die will ich jetzt auch gar nicht eingehen Oder so In dem Ganzen Aber Gibt es Sachen die einem so nachts dem Schlaf rauben So fing ey Ja Wie soll ich eines Tages so dafür gerade stehen Ich sage dir ehrlich Ich habe Lange Zeit Angst vor dem jüngsten Tag gehabt Ich bin gläubig Ich bin gläubig Und ich bin mir sicher dass Jeder irgendwann Zur Rechenschaft gezogen wird Und mir ist bewusst ich habe viel Unheil gebracht Ich habe viel Unheil gebracht Zumindest in meiner kleinen Gegend Und ich habe auch andere Schicksale beeinflusst Weißt du was ich meine? Weil irgendeinen den ich verkorkst habe Der wird einen anderen verkorkst Und der wird auch einen anderen verkorkst Und das sind so Gedanken die mich nachts wach halten Ich stehe jetzt auch gerade für der ihre Taten Ab wann hört meine Schuld auf? Ab wann hört meine Schuld auf? Das sind so Fragen die mich oft Oder haben mich nachts wach gehalten Aber mittlerweile ist alles cool Ich würde da gerne ganz kurz was einlenken Weil ich finde du hast was gesagt was ich nicht so unterschreiben würde Weil es macht schon einen großen Unterschied Also wir wissen alle kriminell zu sein Und in Anführungszeichen Böse Sachen zu tun Die moralisch verwerflich sind Ist grundsätzlich nichts Gutes Ich würde jetzt niemals sagen Dass es irgendwie gut ist Frauen auf den Strich zu schicken Oder Drogen zu verkaufen Ich würde eher sagen Dass es wohlmöglich manchmal notwendig ist Ja für egal was Und du hast eben gesagt so Du hast dann immer versucht Auch in der Rolle des Dealers Der du warst zum Beispiel Nach Lösungen zu suchen Ich finde das ist brutal wichtig Weil das sagt viel mehr als Viel mehr über dich aus als Mensch Als Dealer Weißt du wie ich meine? Weil das hätte einen brutalen Unterschied gemacht Stell dir mal vor du wärst So wie andere Mit Schläge und Gewalt Und noch schlimmer und so Ich weiß nicht ob du jetzt hier sitzen würdest Ich weiß es nicht Es ist sehr schizophren Es ist ein sehr schizophrenes Leben Es ist wirklich Ich schwöre dir Es ist nicht schwarz Und es ist nicht weiß Jemand der diesen Film lebt Der wird jetzt gerade so meine Worte verstehen Und jemand der den nicht lebt Er hat halt diese Schubladendenken Entweder gut Oder böse Entweder gut Aber gut Das ist Yin und Yang In jedem Guten steckt was Böses So verstehst du was ich meine? So habe ich es erlebt So habe ich es erlebt Und ja Es ist immer dieser ewige Kampf Sich für eine Seite wirklich mal komplett zu entscheiden Digga mach doch Geh doch auf die Gute Hör doch auf Es gibt auch Moral in der Kriminalität Dass man sagt ey Wenn ich das mache Probe ich immer noch Gerade zu bleiben Irgendwie was Gutes zu machen Ich kenne viele Leute Ich kenne Oder ich habe Einige Prostituierte kennengelernt Die waren bildhübsch Ich schwöre dir die waren bildhübsch Die waren bildhübsch 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 Wenn ich den geredet habe oder gechillt habe Da habe ich die gefragt Alter warum machst du das? Alter du könntest Du siehst so gut aus Ich schwöre dir Wenn du jetzt nach Dubai Also In der moralisch verkorksten Welt Du könntest nach Dubai fliegen Du könntest dir direkt irgendein Reichen angeln Und so und die sagt Ich kann nicht Ich mache es für meine Kinder in Bulgarien Dann denkst du dir Okay Alter Oder du machst es für meinen kranken Vater Ich gebe Verstehst du was ich meine? Es ist dann so Ich so okay Schweres Thema Sehr schweres Thema Schweres Thema Ja man Und Prostituierte ist in Deutschland erlaubt Was auch noch die ganze Sache Da muss es ja irgendwas geben Was wiederum Was wir vorher waren Abschiebung Die Moral Ich Ich Nur weil ihr Spielautomaten Lassen wir mal diese Prostitution sein Ihr erlaubt Spielautomaten Wollt ihr mich verarschen Alter? Ich frage Ich frage Wollt ihr mich verarschen? Es ist der komplette Lobbyismus Ich weiß nicht wie stark die Die Glücksspiel Die Glücksspiel Lobby in Deutschland ist Aber die muss so stark sein Aber ich habe mal eine Reportage gelesen Es gibt die 60.000 Geldautomaten Und ich Ich will jetzt nicht lügen Aber um einiges mehr Glücksspielautomaten Alle Oder Statistiken Wusstet ihr dass Spielsucht 99% Rückfälligkeit mit sich bringt Wusstet ihr nicht aber das heftig Die höchste Rückfallrate hat Ja Ein Spielsicherer kann an sich nicht geheilt werden Ja Heroin hat 92% Alle Sowas tut ihr Ding Ja Aufstellen in jeder Gaststätte Ihr fördert die Kriminalität Bruder Zurzeit findet etwas noch krassere statt Die haben jetzt Dieses ganze Spielothekenthema Erlaubt in online Vorbei Es ist vorbei Es werben so viele Leute darüber Gerade bei Twitch und sowas Bruder das ist das Ende Ich schwöre An alle Kinder ehrlich Es ist vorbei Die ganzen Casinos Masinos Tipico Mipico Lass mal die Filme ehrlich Ich schwöre auf alles Lass die Filme Das fickt euch die Bank gewinnt immer Es ist ein Was auch Ich war lange Ich bin noch spielsüchtig Aber ich spiele sehr lange nicht mehr Aber eine Sucht Du kannst eine Sucht nicht teilen Einmal süchtig Also von therapeutischer Sicht Wird es so gesagt Ein Süchtiger ist krank Und eine Krankheit Die leider Gottes für immer bleibt Du öffnest irgendeine Tür Und verstehst du Dein Kopf ist ja crazy unterwegs Wenn du dir einmal Dein Kopf was triggert und sagt Oh das ist so geil und so Du musst immer aufpassen Nicht rückfällig zu werden Bruder das war ein Bruder das war ein Das hat Benzin bei mir ins Feuer geschüttet Ich schwöre Benzin Benzin Diese Automaten Benzin Weil du verzockst Okay gar kein Problem Ich habe jetzt hier 2000 Euro verzockt Ich hole das nächste Kilo auf Co Einfach darauf Du redest dir irgendwas Oder das ist Beschaffungskriminalität Ja ganz einfach Okay das Minus muss ich irgendwie ausgleichen Ich mache das, das und das und das Warum stellt ihr das auf? Ja man Warum stellt ihr sowas auf? Und warum bewirbt ihr das auf? Warum bewirbt ihr das? Nur weil Deutschlands erlaubt Nein nein du Gott ich bin der Ich bin der fehlerhafteste Mensch Aber Katastrophe Aber ich sage was ich fühle Es war ein Teil meiner Also auch Deutschland hat sein Teil dazu beigetragen Warum es immer weiter ging Weil sie es für moralisch anständig halten Sie halten es für korrekt Ich gehe mal stark davon aus, dass das Gesetz in Deutschland Die Moralvorstellung Deutschlands ist In einigen Fällen Klar Nicht den allen Jetzt lassen wir mal das Straßenverkehrszeug und so raus Aber so sollte eine Gesellschaft funktionieren Ich schwöre dir es ist moralisch nicht korrekt Nee man gar nicht Ich schwöre auf meine Mutter es ist moralisch So viele Leute aus meinem Viertel haben ihr Leben verzockt Ich schwöre dir ihr Leben verzockt Im wahrsten Sinn und bei euch in Berlin ist bestimmt Weißt du was ich meine? Und auch in den letzten Jahren sind die echt aufgesprießt So vielleicht so du warst ja im Knast und als du raus kamst Jeder dritte Laden der Pleite ging Was brauchst du rein? Guck mal wenn ein Laden Pleite geht Das Einfaches was man reinbauen kann Casino, Spielothek Mach eine Spielbildung Mach meinetwegen eine Gaststätte auf Und lass sie nur über diese Automaten Bruder die Cafés bei uns Oder diese Du weißt auch diese Billigdöner Bruder die leben nur von ihren Automaten Die leben nicht von ihrem Döner Die leben von ihren Automaten Und äh Heftig Da kommen wir auch wieder zu der Sache zurück Nur weil jemand dir vorgibt was moralisch korrekt ist Heißt das musst du Musst du auch ein bisschen so weiterdenken Und sagen hey Da geht es auch anders ja Du hast vorhin dieses Video mit dieser Messerstecherei Und mit deinem kreisrunden Haus War ja beschrieben Was da passiert Bei Instagram online Ich gucke Oma steht da 4-5 Stiche Bruder das ist an sich keine wilde Sache Ich sag dir ehrlich Sieht aber wild aus Ja es war aber Es war weniger wild Bruder ich kann so viel dazu sagen Ich war auch deswegen angeklagt Wegen was ich ins Gefängnis gekommen bin Also man hat mir und meinen Mittätern die Die Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegeben Aber die wurde fallen gelassen Bruder What comes around goes around Das kann ich dazu sagen Ja Alles was du machst kommt irgendwann zurück Ja Und deswegen es war einfach nur Ich nenne es Karma Karma Du hast eine Haftstrafe von knapp fast 6 Jahren bekommen Genau Wie lange warst du im Knast drin Wurde ich war so dreieinhalb Jahre Also 40 Monate ungefähr 40 Monate Gegen dieser Film Gegen Ende sehr 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 erleichtert Wirklich habe sehr großes Glück gehabt Weil diese Musiksache ins Spiel gekommen ist Ich muss einen riesen Dank an meine Anstalt aussprechen An meinen Sozialarbeiter An den Anstaltsleiter Und an alle Therapeuten die dort sind Weil die sich so für mich eingesetzt haben Anfangs waren die so brutal kritisch dem gegenüber Aber Bruder Ab 15k auf Insta haben die gesagt Alles klar Geben wir dem Jungen eine Chance So ne Und die haben mich da wirklich unterstützt Die haben mir auch erlaubt nach Berlin zu fliegen So das muss ich dir mal vorstellen Die sagen Finde ich mit meiner Staatsanwaltschaft geredet Und haben dann gesagt Hey Gib dem die Chance Es könnte schon was sein Es war halt ein Erstfall Sie hatten noch Auf Freigang nach Berlin gelassen Ja ich schwöre auf alles Ich durfte fliegen Ich durfte Was für ein Film das für mich war Es war oh Alter Was für ein Blutzeug Nein 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 War schon War ein starker Tag Sonst ist er jeden Abend Zur Polizeidirektion um 18 Uhr Einmal sagen Ich bin da Ich bin da Alles cool Leute und so Ja man Burak ist ja selber auch Sozialarbeiter Warst du schon mal im Knast Und wie beurteilt man das Dass man einem so jungen Menschen das erlaubt Dass er zum Beispiel Oder wie sagt man Dass er wieder gesellschaftsfähig ist Hast du selber schon mal im Knast gearbeitet? Ich arbeite ja mit vielen Jugendlichen Die sitzen im Knast und gehen raus Also wie Wie beurteilt man das Ist schwierig Weil das passiert nicht von heute auf morgen Es ist bestimmt bei dir auch keine Schnapsidee gewesen Jetzt von Ach komm wir schicken den einfach mal so nach Berlin Sondern ich nehme an Du hattest Warst sehr lange unter guter Führung Du hast sehr sehr viele Sachen gemacht Die dafür sprachen Dass das Sinn macht ja Es wundert mich trotzdem Weil nach Berlin fliegen ist schon ein krasses Akt Das ist schon heftig Also ich will nicht wissen Was dir durch den Kopf gegangen ist Aber es macht ja Sinn bei ihm Weil ich eben denke Dass es eine lange Vorgeschichte hat Ich glaube jetzt nicht Dass du dich im drinnen warst Und jeden Tag zwei Schlägereien hattest Und dann kam jemand und sagt Oh der hat 15k auf Instagram Komm wir schicken den weißt du So war das bestimmt nicht So eben Also es ist eine lange Kette von Ereignissen Die dann letzten Endes dazu geführt hat Es war ein langer Prozess Du hast es gesagt Ich habe leider Gottes Mich am Anfang meiner Haftzeit Ziemlich daneben benommen Weil ich in der Zeit brutal verloren war Was hast du da gemacht Was heißt daneben benommen Viele Leute So viele Leute waren ja noch nie im Knast Es waren Bruderschlägereien Und es ist auch nicht so gern gesehen Wenn man Handys da drinnen findet Und andere Sachen findet Und so weißt du was ich meine Ich habe Die haben mich ziemlich gut Ich glaube ich war sechs oder sieben Monate In Einzelhaft alleine Alleine in der Anfangszeit Also die haben mir schon Einkaufssperren ziemlich viele gedrückt Und der Sinneswandel kam dann aber von alleine Und man hat dann auch wirklich Diesen ganzen Verlauf gesehen Weil ich irgendwann gesagt habe Mir reicht es Alter Ich halte mich einfach an die Regeln Und gut ist Alter Habe wirklich an vielen Gruppen teilgenommen Habe mich der Sache geöffnet Habe mich versucht Ich habe vielen Leuten geredet Und die haben auch den Teil Meiner Resozialisierung beigetragen Der kam nicht von mir Fakt Also den Input hat man mir gesetzt Muss man auch klar sagen Muss man sagen Es gibt auch Arschlöcher da drinnen Zu genügend Aber Respekt an jeden Einzelnen Der seinen Job so gut macht Und es wirklich mit Herz macht Und jemandem helfen will Diese Leute sind die Helden Ich schwöre es Meine Helden in Deutschland Weil die helfen dir auch Die helfen dir Scheiß mal auf die Die dir die ganze Zeit Steine in den Weg legen Und so Weißt du was ich meine? Die die dir helfen wollen Wenn man Ich habe Glück gehabt Ich habe viele gute Menschen Dort kennengelernt Die auch wirklich mich gemocht haben Meine Art gemocht haben Und gesagt haben Hey dem kann man helfen Ich habe mit denen echt an mir gearbeitet Und das Ende einer langen Geschichte dann War wie du gesagt hast Nach einem sehr guten Verlauf Geben wir ihm die Chance Man hat mir geglaubt Dass ich nicht abhauen werde Ja Was hast du im Knast gelernt Und was war das Was war das Beste Was du dort gelernt hast Und was war das Schlechste Was du dort gelernt hast Weil es gibt ja immer so diese Links und Rechts Yin und Yang Seite Jetzt wird schwer Okay Das Schlechte ist relativ einfach Dann ist wieder eine Perspektivsache Welche Welchen Lifestyle lebst du? Was ist für dich im Moment gut Und was ist für dich im Moment schlecht? Jemand der noch in dem Jemand der noch in dem Sag ich jetzt mal Kriminalitätsfilm ist Für ihn ist es gut Leute kennenzulernen Er sagt Ich habe eine gute Quelle Ich habe gute Leute Ich habe gute Kontakte Aber jetzt natürlich neutral betrachtet Das Schlechte ist Es ist Das habe ich auch in dem Letzten Interview von mir gesagt Das ist echt eine Wahrheit Das ist ein brutal nährreicher Boden Es kommt nur darauf an Was für Gedanken du da einpflanzt Was hast du vor? Was hast du vor, Bruder? Willst du weiterhin kriminell bleiben? Ich schwöre dir Du wirst mit 100 Mal mehr Energie rauskommen Mit 100 Mal besseren Leuten Oder ein Jahr im Knast Ist wie 10 Jahre draußen Du lernst Leute so gut kennen Ich schwöre dir Nach 3 Jahren 4 Jahren im Knast Du weißt genau Er wird mich verraten Er wird mich nicht verraten Wegen Was sitzt du? Verstehst du? Wenn du Leute Wenn du Leute Also das Gute Was ich vom Knast gelernt habe Oder mitgenommen habe Sind viele meiner Freunde Viele meine Also meine ganze Crew gerade Wir sind alles Mittäter, Bruder Und wir gehen jetzt gerade alle gemeinsam Diesen Schritt Es ist nicht so, dass ich gerade alleine gehe Wir haben uns alle von der Kriminalität gelöst Und machen jetzt dieses Wir sind LL Ding Okay Dank Nima, dem Bruder auch Das hat uns sehr geholfen Genau, da gibt es diese ganz bekannte Story Dass du Nimo im Knast kennengelernt hast Ja, genau Der Rapper Nimo Genau, das war 2012 Aber in meiner ersten Haft Also wirklich auch viele Viele gute Menschen Die uns da wirklich helfende Hände gegeben haben Weil wir entfernen uns gemeinsam von diesem alten Leben Aber du lernst die Leute halt gut kennen Du weißt genau, was geht ab Weil im echten Leben, Bruder Ich könnte dir erzählen, was ich will Entweder du bist ein brutaler Menschenleser Was ich per se überhaupt nicht bin, Alter Du kannst mich brutal Ich bin brutal leichtgläubig Wenn du mich anlächelst Dann lächle ich dich direkt zurück Und bin so, hey was geht So was, was ich meine Für mich war Knast einfacher Zeig mir deine Akte Zeig mir deine Akte Rede nicht mit mir Bevor du mit mir redest Zeig mir deine Papiere Aha, aha, wegen dem ist der Haftgefühl ausgestellt worden Und dann weißt du es mit wem du zu tun hast Es ist einfacher Und die guten Dinge, die ich da rausgenommen habe Bis natürlich auf die Intention jetzt Den geraden Weg zu gehen sind Einige gute Freunde Einige gute Freunde, die jetzt auch den geraden Weg gehen Dass wir uns alle gegenseitig unterstützen Und man hat halt die Gewissheit Dass jemand einen nicht abwicken wird Heftig Auf jeden Fall Das deutsche Death Row In anderem Zeichen Nein, nein Nein, nein Das Ding ist im Knast sozusagen ausgedacht worden Und war das da schon ein Plan von mir Ey, wenn wir hier rausgehen Dann gehen wir einen vernünftigen Weg Lass schon mal planen Wer was macht, wie ist das So wie, schaut es genau aus Weil du gerade gesagt hast Deine Freunde Die du jetzt gerade hast Hast du dort kennengelernt Es ist ein extrem Zufall Die Geschichte habe ich schon ein, zwei Mal erzählt Erzähl ich gerne nochmal Gerne Wir waren ein paar Mittäter Einer von uns Hat es geschafft zu flüchten Als die Polizei uns verhaftet hat Und ist dann ein Jahr in Frankfurt abgetaucht Bei besagtem Bruder Nimo Entschuldigung Okay Nimo hat ihn Hat ihn bei sich versteckt Deswegen werde ich ihn niemals vergessen Extremste Ehrenmann-Aktion Wirklich Ehre, Ehre, Alter Wann war das ungefähr? 2017 2018 Ah, er war ja schon bekannt Genau Ja, 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 ja Es war an der Zeit, wo der Kapimo, glaub ich, gemacht hat Ich will aber jetzt nicht lügen Und die beide sind auf die Idee gekommen Er so Hey, komm, wir gründen was Jetzt für den Leo Und für mich Und für uns alle natürlich Hey, wir machen jetzt dieses LL-Ding Wir haben Angie mit ins Spiel geholt Er hatte davor schon Kontakt mit Nimo Der Nimo hat uns eine Hat uns Eine brutale Plattform gegeben Hat gesagt Komm, ich helfe euch Ich unterstütze euch Jeder verdient sein eigenes Geld bei uns Es ist eine wirklich schöne Sache Weißt du was ich meine Es ist kein Label oder sowas Es ist eine Gemeinschaft Wir unterstützen uns alle gegenseitig Der eine ist bei Sony Der andere ist bei Warner Juckt keinen Weißt du was ich meine Wir haben einen Kanal, den wir gemeinsam aufpushen Es hat so begonnen Aber die Grundidee war Wir machen was Mhm Die ist auf Flucht entstanden Dann wurde mein Mithitter geschnappt Ist in den Knast gekommen Hat es aber Gott sei Dank Nach der U-Haft wieder raus geschafft Auch Props an meinen Bruder Z Hat das Ding aufgebaut Und hat mir und Leo Und Angie aber Der war schon dabei Wirklich so die Plattform gegeben Was geht Wir sind LL Der niemals brutal Welle Für uns gemacht Und wir sind mit unserem Talent Auch ins Spiel gekommen Und ja das ist grad echt der Anfang Das ist alles ganz ganz Das ist eins der Labels Also ich bin mal gestern Den Kanal durchgegangen So Angie und deine Sachen So 2020 War von den Newcomern her So vielleicht sogar euer Jahr Bis dato So ich würde dich jetzt nicht als Newcomer Für 2020 bezeichnen Deine Zeit kommt vielleicht so mit deinem Debütalbum Ab 2021 Wo es halt inshallah so komplett durchgeht Aber allein mal so die Klicks zu betrachten Heftig Was bedeutet Wir sind LL LL für lebenslang Lebenslang loyal Okay Wir haben halt dieses Ding Klischee LL Richtig starke Idee finde ich PS das ist unser Hoodie Der kommt jetzt bald raus Für alle die den wollen Jetzt muss ich auch ein bisschen Werbung für uns machen Natürlich Alle links natürlich unter der Wiebeschreibung Meine Freunde Dankeschön Ähm Nein lebenslang loyal heißt es Die haben halt das äh Dieses LL genutzt Ja Kennen wir ja SV LL Genau Genau Wer ist alles bei dem ähm Bei dem Movement Bei dem Label Bei der Gruppe Bruder Leo Angie Äh Unser Bruder Z macht das Merchandise Und meine Wenigkeit Und das war es auch In der Crysis damit geschlossen Nima natürlich ist auch Ein Teil von LL Aber er ist ja klar Er ist sein eigenes Ding Verstehst du ich meine Nimo ist Nimo Oha er ist ein Weltstar Aber natürlich er hat auch Er ist auch LL Ja Und unser Motto ist eigentlich Wir sind alle LL Das heißt jeder der unseren Lifestyle fühlt Und jeder der wirklich So auch unsere Unser Gedankengut teilt Im Guten natürlich Gehört auch zu unserer Crew Ja man Vorhin die Frage War darauf abgezielt von wegen Das Beste und Schlechtste Was du im Knast gelernt hast War ja darauf abgezielt Ob du da deine Texte geschrieben hast Und ist dieses Tape dort entstanden Die Texte davon Weil du hattest natürlich viel Zeit gehabt Größtenteils Erzähl uns bisschen was zu der Arbeit Zehn Tracks Meine Arbeit war sehr amateurhaft Sehr amateurhaft Weil ich unter schwierigen Umständen Dieses Tape gemacht habe Du musst dir vorstellen Ich kann mich erinnern Nimo hat mir mal so ein MP3 Der hat immer wenn wir heimlich telefoniert haben Hat er mir gesagt Mach was Mach was Und ich bin ein Mensch Ich bin zwar leichtgläubig Wenn ein Mensch mich anlacht Aber ich bin brutal paranoid Wenn zum so Ich bin immer so Nee das klappt nicht Und ich bin extrem pessimistisch Ja okay Ich gehe immer von dem Motto aus Ich gehe vom wenigsten aus Und freue mich über das meiste Einfach um nicht enttäuscht zu werden Kennt ihr das? Mhm Und er sagt mir mach Mach doch was Mach doch was Und das sagt er mir schon lange Also wir kennen uns jetzt echt Schon seit 2011 oder 2012 Und irgendwann habe ich gesagt Komm ich mache mal ein bisschen was Mhm Das heißt ich hatte immer irgendwie Den MP3 Player den ich heimlich benutzen musste Dass bloß kein Beamter den sieht Und du weißt doch unter diesem Film Habe ich den Text geschrieben Und es ist wirklich ein Street Mixtape Es ist ein Knast Mixtape Wechsel die Sim ist komplett im Knast entstanden Diese Adlibs habe ich mir die ganze Zeit Im Kopf ausgedacht und die ganze Zeit So vor mich hingesummt Wechsel die Sim Wechsel die Sim Wechsel die Sim Leuten denen ist vorgerappt Die so es hört sich doch scheiße an Ich so nein Bruder in meinem Kopf hört sich's gut an Glaub mir in meinem Kopf hört sich's gut an Warte bis ich in Studio gehe Ich hatte keinerlei Studio Erfahrung Ich habe mir alles jetzt in kürzester Zeit angeeignet Bin jetzt viel in Frankfurt auch unterwegs Und lerne da Es saugt gerade alles wie ein Schwamm auf Wirklich die Leute sind sehr sehr stark Angie ist sehr sehr stark Sehr sehr stark Wie die aufnehmen ihre Krank Ich war bei dem 385i Studio neulich Wow Also ich will mich auch weiterentwickeln Ich werde mich auch extremst weiterentwickeln Was auch meine Angehensweise geht Ich habe nicht mehr so diesen Vibe für Ich sitze auf dem Tisch in der Zelle und schreibe einen Text Jetzt ist es nur ich will ins Studio gehen Ich will den live performen so Ja man Und ich freue mich auf den Weg Es ist halt Ding Es muss sich ja gesteigert werden Ich kann ja nicht immer auf einem Level bleiben Deswegen ich freue mich auf mein zweites Tape Was so Gott will 2021 rauskommt Umso mehr als auf das was jetzt eigentlich schon rauskommt Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Wechsel Die sind live, Alter Nach Corona Ich bin gespannt, Alter Wie die Leute da abgehen werden Welchen Song feierst du am meisten, Burak? Ich habe es dir vorhin schon gesagt Deine Hommage an deinen Freund Alan Das ist ein Song, wo ich sagen muss Ich konnte mir fast die Tränen nicht verkneifen Echt, also der hat mich so berührt In Zeiten von Streaming, Playlisten und so So eine Seltenheit Wo es in einem Song einem so nahe gehen kann Weißt du, wo man sich so angesprochen fühlt Natürlich Mauerseite Auch ein krasser Track Auch so Sachen, die im Kopf bleiben Aber ich freue mich auch übertrieben auf das Mixtape Ja und also kein Geheimnis Ich bin sowieso Riesenfan Und ja Ja man auf jeden Fall habt ihr mit eurer Musik Und das ist euch noch gar nicht so bewusst Im Jahr 2020 wurde ein Kontrapunkt gesetzt Da kamen Leute wie Engie Die mal wieder so Straßenrap gemacht haben Azad hat ein Street-Album gemacht Omar kam Hemshow Ramo Sehr geil Und das sind keine Modus Mio Und oder keine Shisha-Club-Player-Songs Nein, das ist reiner Straßenrap Cashmo Die ist das Feier ich Respekt dafür Feier ich Dass dieses Jahr das wieder angenommen wurde Und wir ein bisschen so aus diesen Aus diesem Shisha-Bar-Film rausgekommen sind Vielleicht liegt es auch an Corona Dass die Leute Ey, so Lande mal jetzt auf dieser Shisha-Playlist-Cover Ja Für den Arsch Für den Arsch Und vielleicht wollen die Leute gerade das jetzt haben Und so auch perfekter Zeitpunkt für so ein Album Hoffentlich Es ist kalt, wir zittern alle Es muss kalt sein Auf die Kopfhörer bitte Es muss auf jeden Fall kalt sein für das Album Für das Mixtape Habe ich mir so bewusst auch ausgewählt Safe Ja, Mann Ähm Lass uns nochmal zurück zu dieser Abschiebung kommen Ja, klar Was steht da gerade genau im Raum? Wusstest du schon vor deiner, ähm Vor deinem Haftantritt von wegen Okay Ich geh jetzt Fünf Jahre in den Knast Und danach direkt Abschiebung Oder ist es jetzt im Nachhinein gekommen? Ich wusste davon Mein Anwalt hat mich gewarnt Die Staatsanwaltschaft hat es mir angedroht Ähm Ich habe es auch schon mal gesagt So, Bruder Es ist meine Scheiße Ich habe niemanden gezwungen Niemand hat mich gezwungen Irgendwas zu machen So, das ist mein Film gewesen Und ich habe gesagt Ich gehe ich nicht Ich gehe in die Verhandlungen rein Und ich werde nicht auch sagen Ich werde meinen Anwalt für mich reden lassen Im Endeffekt sind fünf Jahre und acht Monate rausgekommen Und diese Abschiebung ist eine Sache Die macht das Regierungspräsidium Das heißt, das ist eine ganz andere Instanz Das Landgericht oder so Hat gar nichts damit zu tun Die Richter entscheiden das gar nicht Das ist das Verwaltungsgericht, was das macht Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass sie es vergessen Die haben sich brutal lange nicht gemeldet Ich glaube zweieinhalb Jahre oder drei Jahre lang Haben die sich nicht gemeldet Und dann irgendwann, so kurz vor der Entlassung Kam halt der erste Brief Und was ist eigentlich gerade los Und ich so, heftig Oh nein, Alter Dann auch bei euch mit einem grünen Ministerpräsidenten Der Herr Kretsch mal so Bitte hören sich auch mal diesen Fall an Da sitzt ein Typ Es hat 5,5 Jahre, 8 Monate bekommen Und soll danach noch abgeschoben werden Ganz ehrlich, ne Wenn es jetzt wirklich zu so einer Abschiebung kommen soll Dann steckt mich auch nicht 6 Jahre in den Knast So mäßig Dann mach es bitte direkt und fick Nicht mein Leben Ja, das ist leider Das Ding ist Ich kenne einige Leute, die leider auch abgeschoben wurden Die in demselben Fall wie ich stecken Die sind hier geboren und so Haben aber keinen guten Keinen guten Verlauf in der Haft genommen Also wenn du das nicht machst Dann bist du eh weg Also dann, dann gibt es eh nichts Also wenn du dich jetzt da noch richtig Also wenn du richtig scheiße, richtig scheiße baust Dann sagen die, bei dir ist eh so alles verloren Ist das möglich, Bruder? Ich kenne eigentlich viele Was heißt viele? Ich kenne einige Leute, die jetzt in der Türkei sind Oder in Afrika sind Ja Krank, ich war einfach noch vor ein paar Jahren mit denen Und ich skype jetzt oder so mit denen Ich schwöre auf alles Die haben nicht mal Ding, Straßen Die sind auf so Sand Ja, ich weiß Oha, Alter, was machst du da unten? Bruder, Alter Was machst du da unten? Das ist ein sehr bekanntes Beispiel Der Frankfurter Rapper Yassir Ja, klar Auch Marokkaner Ja Du bist Tunesier Er ist Marokkaner Also auch aus den Maghreb-Staaten Auch Musik, dies, das Abgeschoben Und dann halt komplett Das gibt es wirklich Du bist weg von der Welt vielleicht Ich hoffe wirklich, dass es nicht passiert Ich nehme es aber an, wenn es passiert Mhm Auch diese Konsequenz werde ich annehmen Und ich baue da wirklich in der Zeit mehr als alles andere auf mein Schicksal und auf Gott Weil Hättest du mir an meiner Verhaftung gesagt, dass ich heute vor dir sitze Hätte ich gesagt, nie im Leben Vielleicht ist es Danke, dass du hier bist Verstehst du? Ich danke, dass ich eingeladen oder dass ich hier sein darf Und ähm Ich lasse auf mich zukommen Ich kann nicht mehr machen, als mich gut zu verhalten Und das ist Verstehst du? Auch wenn sie mich abschieben Werde ich an meinem jetzigen Mindset Was ich einfach hab Werde ich auch nicht ablassen Oder so Ich werde meinen Film weitermachen Ich werde Ich mach meinen Werdegang nicht davon abhängig Ob ich abgeschoben werde Es ist mein Werdegang, Digga Und ich will Mir gefällt auch diese geistliche Entwicklung Weißt du was? Immer mal eine andere Etappe zu Äh, wisst ihr was ich meine? Einfach zu Von sich selber kennenzulernen Und Wenn's kommt, wär's traurig Mitansage Ich werde nicht nach Tunesien gehen Ich werde dann irgendwo nach Italien Oder nach England flüchten Habe ich mir schon gesagt Und aber wenn sie sagen Bleib hier Und man gibt mir noch eine Chance Umso dankbarer natürlich Da will ich auch noch mal Ganz kurz eingrätschen Weil das kann Das will ich nicht so stehen lassen Weil das stimmt nicht Du Du hast auf jeden Fall Viel mehr zu tun Als nur abzuwarten Ich weiß, dass du es schon machst Aber es ist nicht so Dass der Staat dich abschieben will Und du jetzt da sitzt Und sagst Ich warte einfach was kommt Und wenn ich abgeschoben werde Werde ich gehen Du Du bist hier in Deutschland geboren Du genießt auch Deutsches Recht Das heißt In deiner Aufgabe liegt es Dagegen zu klagen Ja Wenn du wartest Dass die kommen Weil ich das weiß Sag ich es jetzt nochmal Aber nicht dass die Leute Das hören und sagen Ach der Arme wird abgeschoben Hoffentlich Die machen es nicht Und wenn es dann soweit ist Dann ist es echt schade Weil Ich hatte das Gespräch Auch mit Sugar MMFK Auch ein Sehr bekannter Rapper Auch Abschiebethematik so Und das Paradoxe daran ist Ähm Die Leute wollen dich Du musstest ins Gefängnis Du hast die Strafe abgesessen Etc Und danach sollst du abgeschoben werden Ja Du Das ist zwar schwierig Und das ist eklig Dafür braucht es viel Kraft Anwalt etc Pps kostet Geld Aber ich sag dir das jetzt nochmal Und ich sag das jedem Der es hier hört Nicht aufgeben Ja das ist wirklich ein Ein etwas was man noch tun muss Man muss dagegen klagen Man muss anwaltlich dagegen vorgehen Und nicht Es auf das Glück ankommen lassen Also wenn du es auf das Glück Entschuldige dass ich unterbreche Wenn du es auf das Glück ankommen lässt Wärst schon längst weg Also das ist so Die haben mir eine 30 Tagesfrist gegeben Das war sofort zum besten Anwalt in Stuttgart Was Ausländerrecht angeht In dem Fall Brüshaner Dr. Guttmann Ähm Sofort geklagt Das Ding wird jetzt brauchen Auch Gott sei Dank Einmal hat Corona was Gutes für mich getan Weil die Gerichte lahmgelegt sind Es wird seine Zeit brauchen Ich werde da bewaffnet Also Ihr wisst was ich meine Also bewaffnet mit guten Sachen reingehen Ich hab einen kranken Verlauf hintergehen Ich hab sehr gute Argumente Die mich hier lassen würden Auch das Auch das Argument Dass ich hier geboren bin Ist gewichtig ist nicht so Und ähm Ich bleib Ich bin prinzipiell Oft denke ich zwar pessimistisch Aber was mich angeht Ich bin ein optimistischer Mensch So ich geh immer vom Ich schaff's Das schaff ich Das schaff ich Das schaff ich Und ich schaff das auch Ich krieg echt viele Nachrichten Auch von Leuten die Ich küsse eure sauberen Herzen Mir sagen Ähm Oh das tut mir voll leid Mit der Abschiebung Und so Mitleid ist was für Schwache Ich brauche also Das ist Es ist zwar eine stiere Situation Aber es ist kein Weltuntergang Es ist kein Weltuntergang Wir gehen weiter Kopf durch gewandt Ich werde hier nicht sterben Und deswegen Ja Ich sag das nur Weil ich hab das kennengelernt Ich hab 2015 Mit ganz vielen geflüchteten Menschen gearbeitet In dieser Welle Ne Ey und die haben So viele Abschiebebescheide bekommen Diese Menschen Die hierher gekommen sind Die haben schnelle Abschiebebescheide bekommen Als die Willkommensbriefe bekommen haben So und als Sag ich mal jemand Der sich vielleicht nicht so gut auskennt Das ist sehr erschreckend Du denkst dir krass Ich werde abgeschoben Du musst sofort abgeschoben werden Am besten morgen Ins Auto Und zum Flughafen fahren Bis ich dann gelernt hab Oder wir dann gecheckt haben Warte mal Warte mal so Das ist ein Brief der kommt Dagegen kann man klagen Dagegen muss man was tun Und dann Vergeht ein Jahr Dann Er baut sich was auf Und dann heißt es auf einmal Ah dieser Mensch Der macht eine Ausbildung Oder so Oder der studiert Den darf man gar nicht abschieben Beispielsweise Aber alles was in diesem Brief Nicht drin steht Da steht Abschiebedingst Also die werden dir Die vom Regierungspräsidium Da ich jetzt eh mit denen im Streit bin Kann ich auch gegen dich schießen Ja Die spielen nicht mit der sauberen Karte Schwöre ich dir auf alles Ganz komische Regelung Wenn du innerhalb der und der Tag 14 Tagen nicht antwortest Dann ist es rechtskräftig Alter was ist wenn ich im Krankenhaus lieg Alter Also so weißt du was ich meine Die suchen da schon Lücken Und ich sag dir Ich bin hier aufgewachsen Ich beherrsch die deutsche Sprache Meiner Meinung nach sehr gut Und ohne Anwalt wäre ich verloren Jetzt komm mal zu einem Flüchtling Alter Alter der hat keine Ahnung Was in dem Brief drin steht Weißt du was ich meine Er wird einen Monat brauchen Um den Film zu verstehen Dann ist es schon längst vorbei Deswegen ja man Wie sagt man so schön Das Recht ist nicht immer gerecht Amen Und das sollte man auf jeden Fall Schauen wie man das auslegt Und wie man da dribbelt Ganz genau Das ist ja alles Bürokratie Und das ist Ein guter Anwalt ist immer gut Ja man Inschallah wirst du auf jeden Fall hier bleiben Inschallah ich geh jetzt mal davon aus Bruder Ich auch Mal mit dem Teufel mal nicht an die Wand Ich werde auf jeden Fall noch hier bleiben Ich bin auf jeden Fall sehr Positiver Dinge Ja so sieht es aus Und ja Lass uns auf jeden Fall näher auf die Musik eingehen Gerne Unsere ganzen negativen Themen So ein bisschen abschütteln Ich hör's dir Was war dein erster Einfluss in der Hip Hop Musik Mein erster Einfluss Oder in der Musik So was hat dich zum ersten Mal gecatcht Ja Hier haben wir auf jeden Fall eine Wand Da haben wir zwei Herren an der Wand Such dir einen aus Also wirklich Ihr werdet euch Ihr werdet euch Oder viele Rapper werden mich Rap Fans werden mich verfluchen Brutal viel Liebe an die amerikanischen Hip Hop Also an den Ursprung unserer Liebe und unserer Leidenschaft Aber weil ich kein Englisch konnte Und ich nicht verstehen konnte was sie gesagt haben Hat mich leider Gottes so die englische Musik nie gepackt Oder die amerikanische Es war zwar so Get to Gospel kann ich mich erinnern War damals so Ding so TRL und so geil Aber was mich zum Rap gemacht hat war Azad und Massive Punkt Fertig Er ist so Ich bin Deutsch Rapper Wirklich also Pur Pur Und ich kann mich erinnern Azad hat mal was Da war ich noch so jung Kann ich mich im Fernsehen gesehen Ich habe aber leider das Lied vergessen Da hat er Berlusconi drin erwähnt Irgendwas mit Berlusconi Und sowas Ich hab gedacht Oh mein Gott ich will auch anfangen zu rappen So geil Also meine ersten Wer ist hier der Boss Homie Der Berlusconi Ja genau Weil ich jetzt auch mich irgendwo da mit einreihen kann Ja Also hoffe ich zumindest mal Ja Machst du Und sehr Es ist mir eine brutale Ehre Weil ich das immer noch aus diesen Kindesaugen betrachte und denke Oh Killer Brutal ich sitze jetzt auch hier So checkst du was ich meine Safe Ja man Kontakt mit einigen Leuten getreten heutzutage Ich glaube in einem der letzten Interviews Weil wer hat die Props gegeben Ich glaube Fahrt hat die mal Props gegeben Ja Fahrt noch nicht zu vergessen Natürlich Oha mit Talion und so Und so Safe Und dann noch ein Interview Da hat dir der Kambu Slice Props gegeben Ja Genau Ja mit dem hab ich auch schon geschrieben Ach der wer noch Aber gab schon einige die gesagt haben Ja Ich bin Ich bin dankbar wirklich über alles Und über jeden der meine Musik feiert Und es freut mich auch wenn jetzt Fahrt oder Kambu oder so Ja Ähm Meine Musik feiern Ich freu es aber genauso wenn du oder du Es hat mich vorhin auch extrem gefreut Jeder der sich mit Musik auseinandersetzt Mir ist die Reichweite so an sich egal Aber wenn ein 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 Mann von Fach mir sagt Hey Krankenscheiß den du da bringst Das ist für mich pfff Das ist meine Bezahlung Ich schwöre Scheiß aufs Geld Ja Das ist ein Dankeschön So weißt du was Ja Es geht auch mal darum so von wegen So Gut rappen können viele Aber wer Wer Delivert das Wen nimmst du das ab Und wenn ich deine Mucke höre dann So ich weiß der Typ rappt von Sachen Die er erlebt hat Und ich kann ihn ernst nehmen Letztes hat mir auch mein Kollege etwas gezeigt Ich so ey Bro So korrekt gerappt Aber So wer ist das so mäßig So das ist einer der Von irgendwas rappt und Das gibt es oft Es gibt viele gute Rapper Aber so Rap ist eine der wenigen Musikrichtungen Wo es nicht nur Nur um die Musik geht Sondern auch Den Typen der hinter steht Ja Und ob man dem die Geschichte abnimmt So einer wie Azza zum Beispiel so Den nimmst du jedes Wort ab Ja Und deswegen fühlt man das auch Mhm Ist bei mir sagt ihr Einer meiner höchsten Also ist Jetzt mittlerweile ist Ich hör privat Nicht nur Rap Mhm Bei mir genauso wenig Man muss sagen Fünf Jahre Knast und Viva haben auf jeden Fall Schäden hinterlassen Ich bin brutal radiotauglich Ich hör brutal viel von Ich auch Wirklich dieses Brutale Gehirnwäscher Ich nenn das mal Kaffee Bisschen neutralisieren Also ich mag auch wirklich so melodische Musik Und was gut Ich bin auch so was gute Laune und so macht Aber Rap, Rap, Rap für mich Der Inhalt und ob der real ist der das sagt Das hat so Wenn jetzt Komm gehen wir jetzt mal von Dingen aus Wie heißt der nochmal Irgendein brutaler Gangster Von dem man weiß Anfängt zu rappen Also so ein richtig medien Medien auffälliger Weißt du was ich meine? Wie jetzt El Chapo oder sowas Mhm Egal was El Chapo rappt Ja ja ist so Egal wie der rappt Der kann rappen wie der letzte Ja Ich schwöre ich werd's feiern Weil es ist Du weißt was du jetzt gleich hören wirst Das ist ein Film Kannst du mir diesen Film in meinem Kopf geben? Kriegst du diesen Film in meinem Kopf Und das kriegt nur einer hin Wo du weißt Er sagt die Wahrheit Und ich schwöre dir Jedes Wort in meinen Texten ist wahr Jedes Nicht ein Worts gelogen Nicht ein Worts gelogen Das ist bei mich Das ist Und ich werd niemals in meinen Texten lügen Ja Nie Fakt Wie kam's zu dem Sony Signing Ich glaub du bist mittlerweile bei Sony gesigned Genau Und das war auch so eine Knastaktion Wie sind die auf dich Aufmerksam geworden? Also ich bin ehrlich zu dir Das hab ich alles meinem Management zu verdanken In dem Fall auch an den Jam Dicke, dicke Grüße Ähm Der hat das Management von ein paar Künstlern gemacht Man hat mich ihn vorgestellt Nimo hat ihn mir vorgestellt Er hat sehr gut für mich gedealt Er hat sehr gut für mich gedealt Weil bring mal einen Knastrapper unter Vertrag Ich war davon nie auf YouTube vertreten Ich hab vielleicht mal als Kind So vor elf Jahren findest du was von mir So ein bisschen eine Hirngespinst Weißt du was ich mein? Aber ich hab gar nichts vorzuweisen Er hat mir gesagt Hey bereite dich vor Ich hab irgendwie ein paar Texte geschrieben Hab zwei, drei Tracks aufgenommen Ich hab mich bei denen persönlich vorgestellt Die waren überzeugt von mir Und es war Ein Film, Bruder Eigentlich es hätte nicht so sein sollen Es war schon wirklich Also für mich ist es schon ein bisschen filmreif gewesen Weil ich niemals damit gerechnet hätte Dass ich den hier krieg Ich war so Niemals krieg ich den Ich schwöre Niemals glaub mir Und die haben irgendwann gesagt Ja na klar du kriegst den Und es war so Boah dankeschön für die Chance Die haben mir mein Nicht mein Leben gerettet Aber die haben mir meinen Arsch gerettet Weißt du was ich mein? Stabil Alter Ja sonst wär ich jetzt nicht hier Was war das für ein Tag für dich? Hast du gesagt Ey das war das Zeichen Was ich gebraucht habe Um jetzt mit der Musik durchzuziehen So diese Unterschrift Und wir machen es Fertig An dem Tag wo ich dort war Und man mir gesagt hat Und mein Mensch mit mir gesagt hat Du wirst diesen Deal kriegen Vertraue mir War ich immer noch pessimistisch Als ich den Vertrag gekriegt habe Und unterschrieben habe War ich immer noch pessimistisch Aber als es dann hieß Beide Seiten haben unterschrieben War das so Jetzt oder nie Und es hat Klick in meinem Kopf gemacht Und es war dann so Alles klar let's go Let's go Und jetzt Hab ich mich komplett der Musik gewidmet Ja Wie sah die Produktionsphase Nach der Unterschrift aus? Wie hast du dann Wie bist du dann an die Musik rangegangen? Wo hast du aufgenommen? Also Bruder Man muss sagen Ich bin jetzt seit Einen Monat Entlassen Ich bin jetzt seit einem Monat Endgültig entlassen Da diese Musik kam Und die Leute Und die Leute Die Vorschusssumme gehört haben Und begriffen haben Dass der Scheiß ernst ist Also das ist nicht so Hey ich krieg 500 Euro Oder 1000 Euro Sondern da als Summe XXX Weißt du was ich meine? Das heißt alle Was willst du von mir? Ja Das ist grad die Chance meines Lebens Wieder auch Danke an meine Anstalt Alle haben sich für mich eingesetzt Und ich durfte echt richtig früh Schon von zu Hause erprobt werden Weil ich gesagt hab Ich kann diesen Film nicht Von Ich kann von Das ist so ein negativ belasteter Ort Ja Und die macht mir so viel Kopfschmerzen Und diesen ganzen Regeln Die haben mir gesagt So nach dem Motto Du kannst nach Hause gehen War ständig im Kontakt mit denen Musste keine Ahnung Ich glaub zwei, dreimal die Woche Immer wieder dahin und Mich zu blicken lassen Aber ich hatte die Chance dann Von zu Hause aus Die restliche Zeit Meines Knastes zu machen Und mich dort vorzubereiten Auf dieses Album Ich durfte Baden-Württemberg Nicht verlassen Was mir die Aufnahmemöglichkeiten Extrem erschwert hat Ich hab viele, viele Grüße An das Haus Gökhan Güler In Stuttgart Hat mich mit offenen Armen Empfangen Ach der Gökhan Abi Der ganz genau Der macht da wirklich Stars Fimero Und so Und dass er sich da wirklich Die Zeit für mich genommen hat Wirklich sehr Ich hab echt nur Liebe Für das Haus Es sind so gute Leute Habe ich mein Album Komplett bei ihm aufgenommen Den letzten Song Mit Angie Habe ich bei Effa aufgenommen War in Frankfurt Auch dicke, dicke Grüße An den Sehr, sehr krankes Studio Es war ziemlich eintönig Weil ich nur Eine Anlaufmöglichkeit hatte Jetzt Durch meine Entlassung Und dadurch Dass ich jetzt frei reisen kann Ich bin gar nicht mehr zu Hause Ich bin jetzt einmal in Berlin Ich geh dann Hannover Dann geh ich nach Frankfurt Ich will in so viele Studios gehen Wie es geht Ich will sehen Wie nimmt der auf Was ist dein Trick Also ich will meinen Ich will meinen Horizont erweitern Und Erstes Album war Wirklich Knast Knast Produktion Knast mäßig Nur Texte schreiben Zweites Album Wird meiner Meinung nach Studio Album Was war das für ein Gefühl Als du Dann wirklich Entlassen warst Wie bist du Wie bist du So ins Leben wieder eingestiegen Weil wir haben vorhin darüber reden Von dem wegen Ey ich will ein bisschen rumlaufen Da mal einen Döner essen Da mal Eingetränkt Ich bin ehrlich zu mir Nach meiner ersten Haft Das war eine Es war eine abrupte Entlassung Eingesperrt 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 Von heute auf morgen Sachen packen raus Das ist ein Gefühl Das ist unbeschreiblich Ich werde den Tag nie vergessen Und Ich bin sogar Du kriegst Freistellungstage im Knast Heißt wenn du einen Monat durcharbeitest Sagen wir Du kannst einen Tag früh entlassen werden Ich glaube so ist es Nach 20 Tagen Und ich bin einfach extra Einen Tag länger im Knast geblieben Gib dir den Film Ich habe einen Freistellungstag weggeschmissen Weil mein jetziger Mittäter Der auf Flucht bei Nima war Wir saßen gleichzeitig auch damals Einen Tag später entlassen worden Wir haben unsere erste gemeinsame Entlassung gemacht Das war Was für ein Film Im sehr haramen Modus Muss man auch sagen Aber Erzähl mal bitte den Tag Oh nein Bruder Der ist im Geschichten nie Nee Nee Wie würdest Savas sagen Vielleicht war das der beste Tag Deines Lebens Ja ich sag dir Also der ist auf jeden Fall In den Der ist auf jeden Fall in den Top 10 Die jetzige Entlassung muss ich sagen Hat mich gar nicht geschickt Die Ausgänge haben mich geschickt Aber Bei so einer längeren Haft Gucken die Dass sie dir lange Ausgänge geben Weil das schickt dich zu sehr Also wenn du dreieinhalb oder vier Jahre am Stück sitzt Und die dich von heute auf morgen raus schmeißt Das ist ein Schock für dich Ja man Das ist ein Schock Ich schwöre dir das ist ein Schock Und Da ich aber schon Immer mehr gelockert wurde Gelockert wurde Gelockert wurde War das wirklich so ein Sauberes Ding Die größten Schickungen waren Sony Berlin Weil das war so eine abrupte Geschichte irgendwie Ja Aber ab dann Die ersten Male zuhause übernachten Kann ich mich erinnern War krankes Gefühl Und du weißt Der Mensch ist ein Gewohnheitstier Du gewöhnst dich dran Ich habe mir eine eigene Wohnung geholt Und Die Entlassung ist Relativ unspektakulär verlaufen Ich habe weder groß gefeiert Noch gar nichts Ich Ich konsumiere nichts Ich trinke nicht Ich mache nichts Ich habe einfach nur Zeit mit meiner Familie Viel viel Zeit mit meiner Familie verbracht Hast du noch so Gewohnheiten in dir Wenn du zuhause bist Dass du Irgendwie checkst Oh mein Kopf ist noch da drin Mhm Ich habe einen Sauberkeitsdick Den kannst du dir nicht vorstellen Ich schwöre von meiner Zelle Du hättest vom Boden essen können Alles muss geordnet sein Das ist leider das Erfolg Viele kennen das Ich hasse Unordentlichkeit So das ist so ein Knastding Weil die Ja Haftschaden Haftschaden Das ist das Oft denke ich an Viele Situationen Denke ich so oft zurück Weißt du was ich meine Mhm Mein letzter Gedanke war Ding Das war vor ein paar Tagen Habe ich überlegt Hoffentlich schneit Habe ich überlegt Ich mag Ich liebe Weihnachten Ich liebe allgemein Diese Winterzeit Dieses gemütliche Du musst nicht rausgehen Ich feiere das voll Ist auch so ein Knastding Weil du fühlst dich wohl In der Zelle Wenn draußen die Welt untergeht Mit Schnee Weil du weißt Alle Leute sind zuhause Ich verpasse 100% nichts Weißt du was ich meine Ähm Und ich habe mir dann überlegt Wann habe ich das letzte Mal Schnee Also den ersten Schnee in Freiheit Und ich hatte einfach nur noch In Stammheim so eine Zelle Den ersten Schnee im Kopf Ich überlege mir Alter Wie sah der Schnee 2016 aus Wie sah der Schnee 2016 aus Das sind so paar Sachen Die triggern mich noch ab und zu Aber ansonsten Bin ich schon noch mit meinem Kopf in Freiheit Wie ist deine Familie Mit deiner Entlastung Und deiner jetzigen Musikkarriere umgegangen? Alhamdulillah Bruder Ich glaube das ist das größte Geschenk Was ich meinen Eltern nie geben konnte Mhm Die sind so glücklich Oha Jedes Mal wenn ich mit meinem Vater rede Mit meiner Mutter rede Noch nie waren sie überzeugt davon Dass ich nicht kriminell werde Hammer Immer war das Immer dieser Schatten Oh der macht was Hör auf Ich schwöre ich Seit die Musik da ist Es ist so Geh mach viel Glück Ba 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 Happy Alhamdulillah Hoffentlich bleibt die Stimmung zu Hause so Also ich freue mich Das einen Teil dazu beitragen zu können Du weißt wenn die Stimmung zu Hause ist Noch über so Jahre nicht so gut Es belastet es einen auch selber Aber ich bin froh Dass ich jetzt auch einen Teil dazu beitragen kann Dass es mal ein bisschen positiver ist Also sind die nicht verwundert? Weil das ist ja schon krass Dass du jetzt mit Musik dein Geld machst Also weißt du Waren die damit schon konfrontiert? Wussten die von dir und deiner Deine Intention Rapper zu werden? Weil ich kann mir vorstellen Der Junge kommt aus dem Knast und sagt uns Der hat jetzt einfach Einen Deal bei einem Musiklabel Das ist ja schon krass Man denkt vielleicht Der macht jetzt vielleicht da einen Job Oder dies und das So in Anführungszeichen Vielleicht Was normales so ja Und jetzt kommt der so Als Künstler Und hat einen Deal bei der Sony Also Meine Eltern haben jetzt Ich habe Dieses Rappen nie groß an die Glocke gehängt Die haben zwar mal mitbekommen Dass ich rap Aber Alter wenn Ein kleines Kind sagt Ich mache Musik Nimmst du das ernst? Nein Der ist einfach keine Ahnung Der hat irgendeinen Hirngespinst Wir haben dann übertrieben lang nichts gehört Ich sage dir der Name Der Name Sony Die Idee ist dieselbe Die Musik ist dieselbe Die ich mache Aber hätte ich gesagt Ich mache es alleine Hätten alle gesagt Schaffst du niemals Niemals Du musst arbeiten Du musst Dingen Aber kommt am Ende von Sony Ist es so Ah ok Brutal Und als die Sony gehört haben War das so Wow Du weißt das so Südländer So Wow Sony Unser schöner Sony Fernseher Wir lieben die Auch vom Fernseher So alles klar So Jackpot Denken die sich Der Name hat es ausgemacht Und dann waren die voll cool damit Hätte ich gesagt Ich würde es alleine machen Ich hätte niemals ihren Segen Nie im Leben Obwohl dasselbe rausgekommen wäre Lass nochmal zurück zur Musik gehen Wer hat alles produziert Damit wir den Produzenten Natürlich auch Props geben Und Wie läuft deine Studio Arbeit ab Du hast gerade schon gesagt Du willst jetzt ein bisschen reisen Gucken Links Reis Hannover, Berlin, Frankfurt Und so In verschiedene Studios reingehen Wie arbeitest du mit Produzenten zusammen? Schreibst du zuhause die Texte? Weil das ist ja eine Sache Die du auch aus dem Knast mitnehmen musstest Du hast vielleicht irgendeinen MP3-Player im Beat Und musst es halt extern vom Produzenten schreiben Genau Wie machst du das jetzt? Erstmal dicke, dicke Grüße An meinen Bruder College Seine Beats sind unglaublich gut Er ist meiner Meinung nach Einer der talentiertesten Newcomer Ich bin ein Mensch Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen Die auch anfangen Ist immer Mein Kamerateam Was extrem gute Freunde von mir sind Schnittfeld zum Beispiel Die haben mich von Anfang Gute Videos Sie sind Meister in ihren Werken Sie sind so penibel und so gut Und Wir haben so viel Energie in sich Und Wir haben gemeinsam angefangen Sony hat am Anfang sogar gesagt Die wollen nicht so richtig das mit ihnen arbeiten Ich so Es ist Bedingung Ich so Die Leute haben Weil die haben mir so ein paar Handy-Videos gedreht Oder so Ding Street-Videos Ich habe gesagt Ich schwöre auf alles Wenn Ich den Deal kriege Ich werde jedes Video mit euch machen Und ich habe jedes Video mit ihnen gemacht Und ich werde auch nur Videos mit ihnen machen Sehr talentierte Jungs College sehr gut Und ich habe jetzt Die Ich habe jetzt Das Die Wie nennt man das? Möglichkeit Die Möglichkeit Oder ich habe den Luxus zu sagen Wenn Es gibt doch viel andere Es gibt Also auf meinem Album Ist nicht nur College vertreten Es sind auch andere vertreten Grüße da an jeden Wirklich An jeden einzelnen Kiaras zum Beispiel Hat den von Wechsel die Sim gemacht Sehr sehr stark auch Früher hatte ich irgendwie ein Beat Ich musste auf den funktionieren Ja Ich kann keinen anrufen und sagen Bruder kannst du mir den langsamer machen? Kannst du mir das wegschneiden? Jetzt ist es so Also war das in der In der Freigängerzeit Übers Telefon Hey Bruder Kannst du mir bitte diese Stelle ändern? Das war auch das erste Mal Dass auf einmal ein Producer bei mir war Davor das waren irgendwelche Beats Die ich irgendwie gekriegt habe Ich hatte keinen Bezug zu den Leuten Entweder der Beat gefällt dir oder nicht Und jetzt der heutige Stand ist Man kann ins Studio gehen Man kann einen eigenen Beat machen Man kann mitwirken Oh schau mal diese Melodie ist brutal Und das ist halt ein ganz anderes Lab Man arbeiten Und das macht auch Viel mehr Energie bringt das rein Weil es auch deine eigenen Gefühle Mit in den Beat reinbringt Und Ja man So arbeite ich jetzt Oder will zumindest nur noch so arbeiten Hammer Da gibt es auf jeden Fall noch diese Standardfragen Was für Features sind mit auf dem Release vertreten? Ich habe letztens die Kochshow gesehen von Charo Genau Habe ich gefeiert auf jeden Fall, dass du da warst Und da hast du das Feature nicht verraten Aber ich glaube im Nachhinein Habe ich irgendwie herausgefunden Ja Wer es ist so über meine Recherchen Es ist Angie Angie hat Hast du ja vorhin auch schon verraten Habe ich vorhin auch schon verraten Ich wusste nicht, ob es auf dem Album landet Doch, genau Das ist auf dem Album gelandet Es ist ein sehr geiles Ding geworden Wir wollten unbedingt so ein LL-Representer-Ding machen So wirklich so ein Straßending Und er ist halt sehr sehr stark Was die Melodie angeht Er ist melodisch sehr gut Und er hat da wirklich Magie in das Ding mit reingebracht Ich freue mich brutal auf das Release Und ansonsten gibt es keine Features Okay Major hat mich brutal verflucht Mach, mach, mach Ich so nein Es ist meine Geschichte, die ich erzähle Und nur ich kann meine Geschichte erzählen Es ist wie gesagt so ein Kindheitstraum Den ich mir unbedingt erfüllen wollte Und habe ich damit gemacht Und ja Safe Gerade das so Das Debüt Ja So das erste Ding Ich will, wenn ich mir zum Beispiel Ich will mich selber beweisen Wenn ich sowas kaufen würde Die mp3 Oder dich durchstreamen würde Ich will deine Geschichte hören Ja Nicht die Geschichte von 10 Features So bei den nächsten Dingern Safe Flexst mal ein bisschen kein Problem Oder reinholt Klar, klar Also beim zweiten Ding werde ich Ich habe schon einige Features Auch mit anderen Künstlern Jetzt schon im petto Und natürlich ist es auch geil Features Ich mag Features Man kreiert einen gemeinsamen Sound Das kommt Ich will ja nicht von Anfang an alles geben Immer wieder mal was Neues Immer was anderes machen Es werden auf jeden Fall Mehrere Features in Zukunft kommen Aber das erste Ding ist Fast ein No Feature Ja Das Ding war mir einfach wichtig Auch mich alleine In dieser Szene zu etablieren Ich wollte nicht das Ich wollte wirklich alleine Mein Mann stehen Und ja Safe Wir haben vorhin schon über einige Deiner Videokopplungen geredet Lass uns die mal so ein Stück weit Abarbeiten Auf jeden Fall Meine lieben Freunde Abonniert den Kanal Von Angie Und Omar Wir sind LL Der Song über deinen verstorbenen Freund Ja Bruder Wie wichtig war dir das Diesen Song zu schreiben Und oft ist es so Dass Themen zu persönlich sind Und man gar nicht will Dass sowas an die Öffentlichkeit geht Weil damit öffnet man sich ja auch Weil damit öffnet man sich ja auch So damit zeigt man auch eine Wie soll man sagen So eine verletzliche Seite Klar Bruder ich habe nichts zu verbergen Ich habe nichts zu verbergen Ich habe nichts zu verbergen Ich äh Ich Dieser Track ist A Mein Lieblings Track auf dem Auf dem Mixtape War ein Versprechen Was wir an Kindheitstagen schon hatten Wieder diese Kindheitsding So ich wirklich Also kann ich mich noch ganz gerne an den Tag erinnern Wo der mir gesagt hat Wenn du dein Album machst Dann will ich einen eigenen Track Und ich schwöre auf alles Ein Versprechen ist ein Versprechen Und ich halte den Scheiß auch elf Jahre nach dem Tod zu Und du kriegst dein Ding Der Manager hat mal wieder brutal gemacht Nein Lass das lieber nicht als Videoauskopplung Weil es ist was Deepes Ich kann es schon verstehen Es geht ja auch viel um Streams und so Aber das Ding ist Das ist eine Ehrensache Ja man Und es war mir wichtig den zu bringen Mit Video Das Video kann man nicht großartig gestalten Es ist mehr Hör auf den Text Weißt du was ich meine? Hör einfach auf den Text Und mir war es wichtig Auch seiner Familie damit eine Freude zu machen Seiner Familie Ich habe natürlich auch die Eltern Mit dem Bruder davor gefragt Überhaupt Ob das für die In Ordnung ist Überhaupt sowas rauszubringen Das heißt ohne ihren Segen Hätte ich das nie gemacht Respekt dafür Sehr starker Song Danke Bruder So auch dass man So treuer einem Bruder erweist Das ist sehr sehr wichtig Danke Bruder Mir auch Der nächste Song War Bereuen Das war der Song Den ich am meisten von dir gefeiert habe Und damit hast du Mich dann berührt Der Junge Er rappt zwar hier Über diese ganz kriminellen Sachen Aber Da steckt so viel Reue drin Das 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 einem fast schon leid tut Und man merkt Ey so Ich habe das zwar alles gemacht Aber Leute Kinder Jugendliche Bitte macht das nicht Weil das ist nicht der richtige Weg Ja Wie kam es dazu Dass du das ausgekoppelt hast? Bruder Bruder ich sage ehrlich zu dir Ähm Natürlich Flexe ich auch gerne Das ist jetzt nicht so Das ist das Ding Also es gibt auch Wechsel die Sim und jetzt noch andere Tracks die Also ich bin jetzt nicht nur so in dem deepen Bereich Aber der deepen Bereich ist meiner Meinung nach Du spiegelst mit Ich kann am besten mit diesen Tracks meine Nachbarschaft spiegeln oder viele Nachbarschaften in Deutschland spiegeln Was mir auch wirklich viele Leute aus den verschiedensten Vierteln genau bei Mauer Seite und bei Bereuen Da gaben Alter ich fühle das Ding so übertrieben sehr Bruder das ist mehr Depression auf der Straße als Freude So habe ich sie kennengelernt Leider Gottes Ich bin zwar mit dem Wunsch reingekommen Zehn gute und einen schlechten Tag zu haben Aber ich schwöre ich hatte immer zehn schlechte und einen guten Tag So Es überwiegt Und es ist die Realität Es ist die Wahrheit Es sind Gedanken die ich habe Verstehst du kannst du mir nicht sagen dass es dich kalt lässt So wenn deine Mutter weint Aber trotzdem weiter zu machen Obwohl sie weint Das ist zum Beispiel auch meiner Meinung nach eine der stärksten Zeilen die ich in meinem Album gemacht habe Und Mama ja ich liebe deine Ja ich liebe meine Mutter über alles Doch leider nicht genug um mir die Tränen zu ersparen Es ist die Wahrheit Oder will mir eine Will mir irgendeiner wieder sprechen oder so Ich weiß nicht Mhm Und das sind halt Dinge sind Die haben so viel Gewicht diese Worte Die kann ich nicht auf einem Rapresenter Track bringen Es geht nicht Und deswegen Und der Track ist einfach entstanden Weil es die Wahrheit ist Bruder Weil es einfach die Wahrheit ist Und ich sage die Wahrheit Hast du deiner Mutter den Song gezeigt? Nein Nein Hast du den so gehört über Cousin und Cousinen? Du weißt doch Manchmal die Zeilen Gar nichts damit zu tun Ich mache Musik Ja Okay Fertig Nein Nein Das höre ich öfter mal Dass irgendeine Cousine plötzlich kommt Und so Oder Cousin Hör mal Tante Guck mal was dein Song macht Nein Die wissen zwar, dass ich Musik mache Die respektieren auch Das Ding Es ist ja gar nicht mit meiner Privatsphäre Ich teile das mit So vielen Leuten Aber sie wissen Es ist trotzdem Mein Bereich Und ich will nicht Dass ihr in diesen Bereich reingeht Seid cool damit Dass es Alles auf legaler Ebene abläuft Und alles cool ist Und lasst mir diese Freiheit Weil sonst Wenn ich wüsste, dass meine Eltern Meine Tracks hören könnten Würde mich das brutal einschränken Und ich will Ich will diese Sperre nicht haben Und deswegen ist Musikverbot Was mich angeht Heftig Ja man Da gab es noch Songs wie Damals Mauerseite Wechsel die Sim Die Songs haben wir schon angesprochen Was wird das nächste Released werden Das Ding mit Angie Also Ich weiß nicht wann es rauskommt Das Interview Aber das siebte wird Ist bereits draußen Ja genau Also FedEx 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 Dann ist genug rumgeheult worden Die Leute Viele haben mir geschrieben Erzähl was machst du Es werden wieder Pakete gedrückt Manche haben mir geschrieben Warum bringst du was wie NWP raus Und jetzt wieder FedEx Meine Geschichte ist Ziemlich vielseitig Und ich habe sie jetzt nicht chronologisch aufgezählt So NWP müsste eigentlich der aller allerletzte Track sein Und ich erzähle Ich erzähle Ich habe noch so viel zu erzählen So viele witzige Geschichten Coole Geschichten die mir passiert sind Und das nächste Ding wird FedEx Eine auch meiner Lieblings Tracks Die Hook gefällt mir extrem Und danach kommt das Angie Ding Und damit werde ich mein Mixtape nicht willkommen sozusagen Auf den Markt bringen Ja Wann ist Release Termin? 17. Dezember wurde 17. Dezember Auf jeden Fall Um die Weihnachtstage herum Wenn es kalt ist Corona wie alle eingeschlossen sind Ich hoffe es gibt Weihnachtstage wegen Corona Jetzt heißt es ja dass die Silvester und Weihnachten zumachen Hoffen wir mal nicht Und ja für die kalten Tage Für die Quarantäne Kann ich nur jedem mal ein Herz legen Sich das mal anzuhören Wir sind auf jeden Fall sehr sehr gespannt Was für Zukunftspläne hast du nach diesem Mixtape? Nicht willkommen war der Titel Genau Heftiger Titel Dankeschön Moral Ich werde weiter Musik machen Ich werde weiter Musik machen Ich versuche mir ein Standort in der Musik zu machen Ich versuche natürlich größer zu werden Versuche größer zu werden Ich versuche mich a nicht zu verlieren in dieser Szene Aber natürlich werde ich Mehr Dinge raushauen Ich will mich weiterentwickeln Ich will aber meiner Linie irgendwo treu bleiben Aber ich will mich musikalisch weiterentwickeln Es macht brutal Spaß Wie gesagt diese Studioerfahrung zu sammeln Geld machen Schlau investieren Unabhängig machen Und gut leben Das ist meine Zahlen Das ist mein Plan Wurdest du davor gewarnt Dass du dich in dieser Szene nicht verlierst Weil das hört man auch oft beim Endeffekt Du bist ja ein Newcomer Weil du neu in die Szene eingetreten bist Auch wenn du mittlerweile ein Ein junger Mann bist auf jeden Fall Du bist kein Teenager mehr So bist du neu für die Szene Gab es schon mal Punkte wo du dachtest Ey vielleicht verliere ich mich gerade Soll ich echt die Wahrheit sagen? Ich glaube ich werde mich nicht verlieren Weil ich habe einige Musiker kennengelernt Dann hätte ich Urteile über niemanden Gott bewahre Manche sind sehr jung in diese Szene reingekommen Hatten sehr jung viel Erfolg Ich habe mich auch verloren Und ich hatte überhaupt keinen Erfolg Ich habe ja auch jetzt keinen Erfolg Aber so weißt du was ich meine Diesen richtigen Erfolg Aber hättest du mir mit 19 Jahren Das gegeben was ich jetzt hätte Ich wäre eine verlorene Seele Ich war gar kein gestandener Mann Ich wollte alles neu entdecken Ich wollte alles Ding Weißt du was ich meine Viele Leute die jetzt Oder ich gehe davon aus Dass viele Musiker Egal in welchem Genre Musik, Rock oder Pop Keine Ahnung Diese extremen Drogen Ich glaube auch dass Drogen der Schlüssel zum Fall sind Ganz klar Starker Drogenkonsum Die Leute sind wirklich von nichts gekommen Sind von nichts gekommen Haben jetzt sagen wir Haben vielleicht mal davor So ein bisschen Koks gezogen oder so Also kann ich mir vorstellen Und für jemanden der normal ist Oder der wenig Geld hat Sind jetzt sagen wir sowas wie 90 Euro oder 100 Euro aufs Gramm Oder 50 Euro pro Kapsel schon viel Geld Und dann kriegen die auf einmal Brutal viel Geld Und haben brutales Nachholbedarf Auf einmal verstehst du Hier die Party, die Party, die Party, die Party So oha, Bruder weißt du von wo ich komme Wir haben das Ding, das Zeug verkauft Verstehst du, wir haben damit unser Geld gemacht Und ich habe meine Erfahrungen damit gemacht Wirklich zu Gute Es ist nichts Neues, was mich erwarten wird Es ist nichts Neues Also ich glaube nicht, dass diese Szene mir irgendwas geben kann Was irgendwie an mir rütteln kann Weil ich habe A kein Interesse an Cookspartys Weil ich weiß, wie so eine Geschichte endet Ich habe kein Interesse, mir irgendwelche Opiate reinzuknallen Mit Tilidin, Xenex Oder weil wir es Oder Leute von mir So ähnliche Sachen verkauft haben Und ich weiß, wo dieser Weg endet Und ich finde es auch gar nicht cool, dass man Dass man den Scheiß so verherrlicht Weil Bruder synthetische Opiate Wenn man sich darüber informiert sind Einige schlimmer als natürliche Opiate Und jeder Junge, der das gerade hört Und der auf dem Weg ist Besonders bei diesem synthetischen Trip Ich schwöre auf meine Mutter, du wirst dich in der Hölle finden Ich schwöre auf alles Ich schwöre, ich garantiere es dir hier und merke sie Nicht in zwei Tagen, in zehn Jahren reden wir weiter Und da halte ich mich distanziert von Also ich weiß mit was, ich gehe da mit einem ganz klaren Mindset in die ganze Sache Stark Dieses ganze Xenex, Lean, was gibt es noch? Tilidin, so die ganzen neuen Sachen, wo Leute denken Er ist ja gar nicht das Schlimmste Das ist das Schlimmste, was es gibt An alle Jugendlichen oder Junge Leute, ihr werdet gefickt sein Das wird euer Leben ficken und irgendwann landet ihr dann auch hinterm Bahnhof Checkt mal da die Leute ab Aber ja, jedem so das Seine Aber ja, das ist das, was ich Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich Tilli geballert hat Oder keine Ahnung, weißt du was ich meine? Also synthetische oder Sub, also ich weiß jetzt Bei uns im Knast ist es so Supotex Das sind diese Sachen, die einfach Benzo, das sind Sachen, die so Einfach präsent sind, das sind auch Das ist dasselbe, das Bruder Das ist ein Mittel, das du kriegst, wenn du vom Heroinentzug runterkommst Oha, Bro, chill mal, was geht ab bei dir, Alter Und ich habe noch nie einen gesehen, wo ich gedacht habe, der ist ein Ehrenmann Was habe ich vorhin gesagt? Die beste Droge, die ich habe ist Kaffee Kaffee, ja Kaffee Und dabei bleiben wir, Alter, auch das nicht übertreiben Aber Nee, Bruder, wirklich bei mir ist denkst du Ding Ich versuche viel Sport zu machen Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht oder so Aber auch, es ist ein schönes Gefühl, seine eigenen Endorphine zu steuern Und wirklich so seinen Geist zu haben Das ist auch eine ganz neue Erfahrung, in die ich mich reingebe Das wäre jetzt auch eines der letzten Punkte So, man merkt ja, Oma, das ist jetzt nicht gerade der schmalste Typ Er ist stabil, wie läuft das Training ab und wie läuft das Knasttraining Also ich bin ehrlich zu dir, ich habe jetzt schon ein bisschen abgenommen Seit ich aus dem Knast draußen bin Zunächst immer so eine Sache Bei mir, ich nehme ab Also bei mir, ich bin dünn Mein Körperbau ist schmächtig Nordafrikaner Wir müssen immer schnell rennen Einfach den Löwen oder so Deswegen, bei mir war immer ein Problem aufzubauen Nicht abzunehmen, also wirklich, ich kann Für mich ist abnehmen gar kein Problem Gib mir 5 Tage, ich bin 3-4 Kilo los Ich muss einfach nicht mehr essen Unregelmäßiges Essen, ich sehe es sofort Deswegen war, als ich das erste Mal in den Knast gegangen bin War ich 63 Kilo oder so was Oder 64 Kilo mit 19, muss ich mir mal vorstellen Wie groß bist du? Damals war ich so was wie 1,83 Also sehr, sehr dünn Und ich glaube meine Bestzeit waren 100 Kilo dann oder 102 Kilo jetzt in meiner Ich habe mir fast das Doppelte angeeignet dann Training ist A und O für mich Wie sah das Training im Knast aus? Sehr witzig Bruder Also da trainierst du mit Wasser Du trainierst mit, also so So ideenreich wie im Knast wirst du nie Also da kommen die tausend Ideen Und es ist viel Training mit anderen Leuten zusammen Weil du mit ihrem Körpergewicht arbeitest Und mit deinem Körpergewicht arbeitest Muss ich sagen, Körpergewicht, auch wenn ich es gerade nicht mache War für mich das schönste Training und macht auch den schönsten Körper Meiner Meinung nach Und es ist aber ein Kampf Also es ist nicht so, dass ich sage, ich mache es unbedingt Das ist jedes Mal eine neue Herausforderung Also ich hasse eigentlich Training Aber ich mache es trotzdem Ich mache es einfach immer trotzdem, trotzdem um den Ball zu bringen Das ist ein Zitat von Mohamed Ali gewesen Ehrlich? Ich habe jeden Tag meines Trainings gehasst, aber am Ende war ich der Champion Ehrlich? Ich dachte du hast gerade zitiert Nein, 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 ich hasse wirklich Training Ich schwöre, ich mache es nicht nur chillen Aber ich muss das machen Das ist immer ein kleiner Kampf, den ich mir am tun Hammer, Alter Ja, Mann Alles klar Omar, wir wollen dich auf jeden Fall nicht länger aufhalten Weil jetzt gerade, meine lieben Freunde, wird das Musikvideo von Omar und Angie gedreht Mein Handy ist auf lautlos, ich wette, die haben mich schon 10 Mal angerufen und verfluchen mich Wo ist der Junge? Aber ich schwöre, ich habe es sehr genossen, danke, dass ich da sein durfte Ich danke dir für dieses herzliche Einfach für diese herzliche Art von euch Gerne Auf jeden Fall hier das Balmuda Dreieck Tübingen, Frankfurt, Berlin, Hannover Wir haben richtig hier den Tisch aufgebaut Sehr geil Danke Oder hast du noch eine Frage? Das Letzte, was du mir beantworten musst ist Guck mal, du hast dein ganzes Leben lang eigentlich dafür gesorgt, dass du nicht entdeckt wirst Keiner darf von dir wissen Du warst dann im Knast auch wieder weg von allem und so Und jetzt bist du einfach Rapper, so Alles kommt auf die Goldwaage Lichter, Kameras Was alle wollen, kommst du damit klar? Ähm Eigentlich ja Ich, äh Ich sag dir, es war anfangs schon mein Problem Weil ich bin eigentlich ein sehr Ich hatte noch nie, äh, Ding Ich hatte vor Instagram Ich glaube ein Facebook-Fake-Account So für den Ich war nie, ich habe Internet mit 21 bekommen Wirklich ins Haus, wir haben Internet mit 21 Ich bin gar kein Internet-Kind Ich bin so pur, pur, nur Was ich sehe, was ich anfasse und so Also ich war gar nicht in dieser Insta-Welt Oder in dieser Multimedia-Welt War anfangs sehr, sehr komisch für mich Hätte ich was zu verbergen Könnte ich diesen Film nie machen Ich bin auch früher nie mit meiner Musik an die Öffentlichkeit gegangen Weil ich mich selber verraten hätte Ja Ich hätte mich einfach selber einunddreißigt oder sowas Ich habe mich selber gesnitcht Aber ich habe eigentlich nichts mehr zu verbergen Ich achte wirklich auf die Schritte, die ich auch in Die ich in der Öffentlichkeit mache Ich weiß nicht so genau, wie gesagt, ich habe nichts zu verbergen, Bruder Ich deal nicht mehr, ich mache gar nichts mehr Und wie gesagt, ich bin Mensch, ich habe an sich nichts zu verbergen Und unter den Umständen ist es für mich eigentlich keine große Sache Sondern gar nicht, dass die Leute an meinem Leben teilhaben Wenn die Leute es feiern, warum nicht, ist doch geil Respekt für deinen Sinneswandel Für das, was du da reingesteckt hast und reinsteckst Auf jeden Fall Musst dir erstmal eine nachmachen Danke für die Worte Und auf jeden Fall auch ein positives Beispiel für alle Jugendlichen Die gerade auch in diesem Struggle drin sind Weil viele Leute hören diese Musik und denken Ey, dies, das, ich muss mir jetzt auch Gras holen Auf Kombi verticken, dies, das Und man sieht dann, wo es hinführen kann Und man sieht dann auch so die Läuterung eines Tages Und das ist so, finde ich, das stärkste bei deinen Debüt-Singles Danke Omar, deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter Auf jeden Fall, check das Release ab Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung Dankeschön Und das Merch natürlich Dankeschön Danke für euren kranken Support Support Ich habe es jetzt von zwei Wirklich großen Leuten gehört Oder großen, also, Reportern von dieser Rap-Szene Dass ihr jedes Mal die Kommentare bombt Und dass ihr, ich schwöre, ihr hebt mein Gesicht so hoch in dieser Szene Das werde ich euch nie vergessen Ich liebe wirklich jeden Einzelnen von euch Danke, dass ihr mich so froh macht Passt auf euch auf und bleibt halal Ja man, TV-Straßensound Heute aus Berlin Mit meinem Bruder Burak Und dem lieben Omar aus Tübingen Ich danke dir, Bruder Und die Fanfragen machen wir eines Tages Ich glaube, das reicht es mit der Playtime Wir müssen zur Musik über die Freunde Ja, dann macht's gut, ciao, bis zum Haus Ciao Ciao